so 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 ich brauche noch drei monitoren und diese weiter geht langsam so leute sorry ich war relativ beschäftigt erstmal willkommen auf euch ist gut wir sind ja schon im vorbereitungsmodus wir haben ein bisschen zeit wir werden von tampa oben starten und das war schon eine strecke mal sehen ob sie nach 4.000 kilometer mit dabei haben wir jetzt gerade schon den lieben fabi gerade vor mir umrangiert wenn ich sehe das nicht in meinem stream wenn man noch zu ist wie gesagt bis jetzt sind sechs leute angemeldet wenn ich das richtig gesehen habe also dürfte interessant werden ja wie gesagt könnt ihr auch gerne mal beim fabi freut er sich denken wir die anderen werden nachher dann auch noch streamen also wir werden dann mit mehreren leuten und ja multistream ist möglich das ist uns auch bekannt aber nach keiner zeit hat mich damit richtig auseinanderzusetzen und keine lust also häufig kommt ja nur nicht vor dass wir hier mit so vielen leuten fahren so ich war die anderen alle auch so ganz normal oder ganz ruhig also wie gesagt die meisten sind wirklich ganz easy also ohne ich würde auch habe ich ja nicht umsonst stv konform da also wir legen das ein bisschen weit räumiger aus mir jetzt nicht so klein scheiß wenn du mal über eine rote ampel fährst naja dann ist dazu aber nicht mit richtig genau wie bei ats wenn jetzt kontrolle ist oder so dann fährt man natürlich kann ja ich mag das auch nicht so auf autobahn da über 100 zu fahren ich fahre meistens auch immer 90 ja wie gesagt wer vorne fährt er gibt dem tempo an wenn eine schwächere man zugmaschinen hat wer der natürlich logischerweise mit vorne weil kann ja auch sein hat er nicht alle dlcs hat das muss man noch vorher wissen und er den auto raus suchen und dann die anpassen ist ja alles möglich so was wird denn bei dir eigentlich noch so alles die talk fabi gibt es noch nicht zwischendurch seh hunter call of the world kenne ich wollte immer schon mal wieder anfangen überhaupt mal anfangen aber immer noch nie dazu bekommen ja so offiziell eigentlich so simulation spiel da ich habe ziemlich viele spiele goldwash habe ich was vorhin sagt ist ja aber was du da alles machen kannst das das ist es ja aber ich bin ja ja das sind ja sogar die kleinen schmankels bin ich halt cool dass man baggern zum beispiel so ein hydraulisch auch kaputt geht dann muss man wechseln und setzt sich eigentlich so simulationsspieler landwirtschaft simulatoren pipa po halt ne ja aber das ist ja auch in der landwirtschaft ne ich nein warst du das nicht achten ich verwechsel ich immer mit jemand anderem ist aber egal der kam aus brandenburg und du kommst aus einer wie das ist ja auch in der landwirtschaft ne ist ja cool alle gut so fünf minuten vor der zeit ist der soldatenmöglichkeit leute also antraben hier opi will los alles kostbare lebenszeit ich war mir noch 201 damit danke schön für den folgen grüß dich damit grüß ich und da fährt er von dannen damit ich habe einen witz für dich wieso können zwei frauen kein monopole spielen keine ahnung es gibt auch nur ein bügeleisen er ist schon so alt fährst du mit denkrad oder mit maus und tastatur habe ich auch noch weitergemacht bis mein rechner der meinung war er will das nicht mehr erkennen hatte ich auch schon gehabt bei ets hier öfters dass er plötzlich mal ein controller nicht mehr kennt ja ich bin sicher musste ich bei steam musste ich etwas deaktivieren ok dagegen wer der hat bei mir komplett die und necktet ist da verloren ok keine ahnung warum aber ich bin nicht der einzige bei dem das so ist wenn man sich dann so einen externen usb stick bluetooth dings kauft hat die guten tag und dankeschön ja ich zocker hier bei mir im schlafzimmer auf dem bett weil ich habe ja zwei katzen mal gezockt und meine katze die beste mal kabel kaputt deswegen alles alles wird es bei mir im schlafzimmer und ja jetzt auf dem bett lenkrad montieren oder so ein bisschen schwierig würde ich aber sagen da stelle ich mir irgendwie sehr kompliziert vor ich hatte früher hatte ich so einen rennsitz und dann logitech lenken aber nach einer zeit war es auch wieder platzverschwendung so oft habe ich es auch nicht benutzt ich verkaufe aber es lenkrad war geil damit manueller schaltung habe ich ja auch die geanstalt naja ja ja schifter haben wir ja auch immer eine boot hier unser netter vor der hat jetzt überlegt er will sich so eine lkw-sitz zulegen ja auch schön haben wir uns mal angekickt da sahen einige aus als ob sie die gerade irgendwo aus der güllegrube gezogen haben was ich richtig geil finde ist du kennst du bestimmt scania kutscher oder ja habe ich schon mal von den hört ich glaube ja jetzt ein richtiges dashboard von so einem lkw und original lenkrad und so und dann so drei monitore und das sieht echt geil aus na ja patti der countdown ist für die nach der pokémon wann das nächste kommt aber ich werde das wohl wieder noch mal rausschmeißen und neu machen müssen weil irgendwie ist das kaputt gegangen muss ich mich noch mal darum kümmern was hat jetzt hinaus ich habe zwar schon alles durchgeguckt und in der stin ach man gut ach man gut schon mal das lenkrad hier entstellen ach hier ist mit kollision ja ja ich muss es aber in die wirkstatt so 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 und so auf ihrem gelände ist dann auch kollision eigentlich nicht ich weiß nicht weil bei manchen es ist eigentlich kollisions ausgeschaltet aber warum habe ich mich schon gewundert vorsichtig ist die mutter der portellan kiste und endlich wieder mit schaltung fahren für den red mit schleiche danke mit einer person mein gutster wie war deine fahrt auf ihr wart gut war der lange unterwegs so und die anderen sind wohl abgestürzt wie meinst abgestürzt nicht mit ihr redet oder wird haben wir tanken und dann warten wir auf die anderen ich glaube der auftrag auf jeden stück außerhalb ob er sagt zwischen 16 16 15 werden die meisten ein cool das ist leider manchmal so die leute dann auch wenn das jetzt wieder doof klingt aber wenn du zum beispiel und recht von mehreren hundert leuten hast du kannst darauf warten innerhalb von fünf minuten ist die über die hälfte verschwunden leider eine gut wird eine statistik aber unterm strich aber ja freut mich auch immer aber aber Polizia, Polizia. So stimmt's, Lee ist ja morgen erst dabei, der Vetterkinder ETS. Ah, den Quäler. Okay, wir sind wieder zu weit gefahren. Ist das bei dir ab und zu auch mal so am leichteren Huckeln? Ja. Aber auch erst seit dem letzten Update. Warum? Keine Ahnung. Ich habe auch schon den Steam Driver Booster durchgeschickt, um zu gucken, ob ich da irgendwas finde, aber keine Ahnung. Bei Art ist wiederum geht's, komischerweise. Okay. Sehr, sehr komisch. So, ich wollte noch gucken. Gameplay war das, was? Mit dem Modus. Navi ist das Beste. Alles klar habe ich auch. Perfekto. So, dann müssen wir uns trotzdem noch rausklappen. Mal ja. Nein, ich mache keinen Disco. So, und falls man irgendeiner Lust und Laune hat. Ah, Karlchen ist auch schon da. Der gutste. Moin, Karlchen. Hallo. Ja, ich muss das mal hier rüberziehen. Na, mein Kleiner? Moin, ich brauche dein Passwort. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ganz kompliziert. Ja, ja, knapp. Tätig. Ich kann mal beitreten. Ja, warte mal. Ich muss mal das Triemannschalter. Jo, ja, mach gut. Wir haben Zeit. Wesert, angegeben, war ja zwischen 16 und 16 und 30. Übrigens, ich habe gerade eine schöne Intuiform und Tampa 4.000 Kilometer. Kannst du schon mal warm anziehen, mein Kleiner? Ach Gott, nein. Da siehst du eh auf der Linken auch Spacke ab. Ja, so um 18 Uhr müsste ich dann mich wieder mal mit dem Hund kümmern. Ja. Eine Viertelstunde und dann können wir weiter machen. Dann können wir auch eine Pause machen, das ist auch nicht so schlimm. Ja, das kannst du nur sagen, ne? Ich weiß. So, mal gucken. Warte mal, der Fabian ist auch da. Hallo. Hallo Fabian, grüß dich. Hi. So, ich habe da sogar in meinem Stream angegeben, dass ich mit dir und Freunden... Boah. Katjen, dein Lieblingsproblem. Streamleisen. Au, meine Ohren. Und die ganze Zeit von Reulich mit Futter und Freunden Senior. Dankeschön. Warte mal, da. Marisch, schalte ich um dich auf Kopfhörer? Ja, danke. Ja, ich weiß. Alle Juden, mach dir keinen Kopf. Alle Juden. Ich brauche mir keinen Kopf. Na, dann schwitze ich wieder wie Sau. Hm. Warum besorgst du die da nicht so einen Knopf? Hab ich doch, aber du, meine Knöpfe, ich habe die ganz teuren sogar. Hm. Die fallen aus der Ohren raus mit der Zeit. Okay. Die fallen einfach wieder raus. Hm. Hast du dir schon mal so einen Bügel, die besorgt? Was? Notfalls muss ich dir mal einen durch meinen 3D-Drucker jagen. Ich kann's nicht ändern, mein Freund. Alle Juden, mach dir keinen Kopf. Ach. Ich habe ja verkehrt. Ich muss ja, ich muss ja hier Discord auf Dings schalten. Weil ich habe mir letztens für meine Tochter so eine Mini-Dinger da, für diese Airpods-Dinger daraus gedruckt. Wir halten immer noch. Okay. Warte mal. Lautsprecher. Sag. Das war jetzt. Ja, perfekt. So. Sag mal. Sag mal. Sag mal. Sag mal. Sag mal. Sag mal. 67. Jetzt haben wir's. Sag mal. 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 meins gerade wird leiser machen wird aber ich denke wenn wir interessant alle meinen 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 der wohnen das vorliest ach so ich weiß doch die sachen vorgelesen ist nicht schlecht aber treibt mich in den wahnsinn ich habe heute 6609 euro älter späne was wir sind gerade oben rechts da kommen wir hoch gespringt habt ihr eigene auflieger oder so nein ich nicht so dann fehlen jetzt eigentlich nur noch new und ihr müsst acht passen bei spät frau ich hab da eben freunden auftrag gelöscht mit dem kilometer geld preis pro kilometer der darf nicht über 50 euro gehen okay na sonst kriegst du da mit dem system links da kriegst du da naja böse sachen ich meine ich habe auch gefahren da hat es mich schon abgemahnt also die tun dich abmahne jeder die haben ja wohl den arsch offen das machen die ihr müsst auf das kilometer geld acht passen ich hab ja noch eine tue warte mal den muss ich erstmal weg machen was er mir lohnen jetzt bin ich jetzt blind zum lesen hier 8000 okay wir wollen ja nicht so dass ich 8 schleichi hatte gerade geschrieben er ist 8000 kilometer gefahren und das ist doch nichts ist ja nichts früher bin ich am tag auch so gut bis 10.000 gefahren aber heute machen wir das nicht mehr nähe würde ich eine macke haben so jetzt fehlt eingehen trotzdem nur noch neu wo ihr seid was für eine firma hier steht aber wir stehen ja an der garage dann nur noch einer an der wasserpfeife rum das bin ich dachte ich mir gar nicht nur normales hier hatten aber ich habe es heute endlich mal geschafft mein pfeifen tabak zu kriegen kriegen ich war auch sicher los habe ich auch meine ganze weile ich habe zigaretten geraucht aber zigaretten sind besser da auch so wenige und das war so blieb ich da auch noch schafft oder gar ein blinker das ist schlimm ohne musik zu fahren ist schlimm ich hab mir noch drei minuten ja und ich bin gestern zweimal die rennstatistik reingekommen oder ja ja das ist wenn du nicht aufpasst weißt du also schau mal gerade drüben die garage die brauche ich noch die habe ich noch nicht kam das gut was wie gesagt kam da da war ich öfters die habe ich noch nicht kann man das eigentlich irgendwie filtern bei den obs dass man dieses rauschen von dem e-dampfer nicht so im stream so extrem hört es gibt einige rauschende drückungsprogramme ja ja das hängt aber ganz stark damit zusammen was du für ein mikrofon hast ne ja hier dieses logitech derzeit ich weiß jetzt nicht genau welches da musst du da auf sein auto gehen einstellungen und zwar noch extra einstellungen und dann gibt es ein filter da kannst du dann rausch unterdrücke oder kannst du lauter machen und alles ja ich gehe auf mein headset da habe ich schon rausch unterdrückung und da steht dann hier ein neues gute qualität mehr cpu auslastung kann ja nur zwei sachen wählen aber das und einmal speaks niedriges bei obs musst du das machen ja ich bin bei ob es ich kann hier nur bei rauschunterdrückung kann ich nur zwei alternativen ausbilden speaks niedrige cpu auslastung niedrige qualität und das jetzige was ich schon habe ist er neues gute qualität mehr cpu auslastung aber man kann nicht die versteht doch da gibt es ein paar stärker und rauschunterdrücke ach ich muss ja mal gucken wo das war kompressor genau da wo kompressor und da gibt es auch schon der drücke und drückung das hatte ich ja schon und rausch geht ich würde mal sagen wir haben das viertel nach ich nehme mal den auftrag an ich habe was vergessen wo ist also leute wer von euch noch so mitkommen will ja noch platz mir fehlt mein trafik wieso ist mein trage ist nicht da ist protest ja da aber ach das ist im spielschluss und das muss ändern das ist im spielschluss dann schnappen wir uns den mal hier also wir haben termin fragt unsere berechtliche fracht wie du möchtest so den will ich wie ich will ich will ja wie sie menschen da trage ist da musste mal raus ich wusste mal meine musik leiser oder auch ich kann ja das mal von trage die musik nehmann so war wie ich wollte schon mal los ja ich wollte unauffällig ja wie gesagt leute wer noch bock hat also wenn man hat neo verschlafen der hatte vorhin auch schon fleißig gearbeitet nicht so schlimm alles passieren arbeit macht frei ich hab dir mal was dazu gesagt mit genau oder mir arbeit macht frei du weshalb das ach ja gut da denke ich ja nicht dran hier das ist ja nicht das ist ja nicht meine richtung entschuldige aber ja ist ja nichts gegen mich im mensch aber du weißt viele leute kriegen da den falschen hals entschuldige entschuldige da denke ich dran das ist meine richtung ich werde es nicht mehr sagen ich tue sie auch sehr ungern dich zu korrigieren ich mache das auch nicht gerne ich bin kein chef ich war nicht ich will den chef du bist das war ich 30 jahre lang das reicht ja ich knapp 15 wir machen jetzt einfach farby zum chef so was jetzt der jüngste mal gucken was er so eigene lkw und noch geworfen was für eine obligation also die nacht scheiße alle scheiße sagst du alle scheiße alle mit denen da kommt er sieht am besten aus auftrag annehmen jetzt mal stehen und schalt es bitte in den rückwärtskrank dankeschön aber es gibt eine tor ja ja ich habe schon ausgesucht ja du weißt ja wie lange die dauert ja ich weiß das ist auch beabsichtigt 4.000 kilometer 4338 um genau zu sein und dann noch spanien ich habe mir nicht umsonst so viel energie saft gekauft gummi bärchen vier stunden 14 minuten halb neun sind wir da hast du mein stream offen dann kannst du immer gucken ich habe das stream offen gummi bärchen saft ich habe ja genug monitor ich habe auch drei aber ich habe zwei ja nur an weil er bereich so also leute wer noch mit will dann gerne noch dazu stoßen wir warten noch ein paar minuten was doch wir haben noch eine regel farbe alle 500 kilometer wechseln wir wenn wir alle gleich schnell sind mit den lkw ist die führung als du bock hast ich habe nur knapp 100 ps ja ich war mit beim tx wiederum durch die gegend jetzt soll ich mal was ich trinke und dann kannst du sagen was man los schießen kann ja ja wie sagt ich warte noch auf neu aber ich denke mal erst offline der wird schlafen will ich mir so mir anschreiben und bin ich dann kann ich mir noch nötige rücke machen ach genau das auto hatte mehr glück gehabt doch wieso hat 47 33 pro kilometer wie gesagt war wie wenn der wenige aus deinem stream noch mittel kann auch noch machen ja meine jetzt geht es noch weiter mit schwierig na ja das wäre man zu spät ich brauche ich brauche ob salat upsala 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 wer kriegt da jetzt schluck auf das habe ich muss mir mal links noch zu lesen jetzt mal ein bisschen eher gesagt hätte ich die vom training in so ding mitbringen können ja mit bringen gewurzten berliner soll ich mal die abholen das weder oben du hast ein auto ja das stimmt das mache ich habe ich damit ein problem mitbringen und das ist keine ausrede um gottes will ich red mich nicht raus ich war auf genug in berlin früher ich habe einen großen grill es ist fein was weiß man drauf der wird abgerichtet man kann andere ohne jagen muss ja nicht sein der liebt katzen katze mit sauer schlafsoße geht immer so können wir haben wir alle ja 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 na gut sind wir nur zu dritt auch gut ja vielleicht kommen noch welche zugestohlen ich hätte ja unterwegs kann das ja ladung sammeln ja das problem ist wir sind jetzt diesmal passwort geschützt deswegen ja gut wir müssen im stream anfragen ja da kann man irgendwie sag mal mit 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 recht nachricht oder sowas an das geht nicht dass da wir zu müssen im konvoi sein und gut weil ich jetzt den konvoi ich kann den konvo noch mal schließen ja und neu auch machen das würde gehen aber ich meine im stream ja das geht ja meine stoff seit ich nun unterwegs ja wir sind gerade schon losgerollt ich stehe noch hier rum und ich weiß mit einer schwarzkopf ich habe ja gedacht raki käme zu er ist halt morgen gefahren aber ich habe nicht erreicht er hat gesagt er hat heute irgendwie zu tun ja der ist heute morgen heißt zwei stunden hatte es für das kontrolliert dann wird er was probiert ja 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 aber wir irgendwie ist es dann abgebrochen ich muss mein diskusswort noch zurücksetzen das habe ich bis jetzt immer noch nicht geschafft aber ich bin auf sein das kommt eingeladen also hin ansonsten kann es einfach über meinen gehen ja das ist kein problem wie gesagt also da ist ja auch wenn man obs zuständige kram ist ja ja hast du mal erzählt ich willst jetzt ja mein administrator wir hatten die tiefe atmen na ja auch der kriegt ab und zu was zu führen das ist gut weil um sonst ist die tot wo es war arbeit leistete da war was haben ich gar nicht in meiner meinung nein ich sehe doch nicht anders deswegen auch so probort weiß vom ort mädchen kram die machen so gute arbeit da bezahl ich gern den euro mit dem moment weiß oder für den aufwand der dahinter steckt ist das ja so dickerchen wir warten auf dich hier ach so sehe ich jetzt bei mir im navi gar nicht dann auf 80 ich bin ich bin wir fahren landstraße 65 da steht 80 also darf ich 80 fahren ja mit satteln umschmeißung na gut das ist eine umstellung von automatik wieder auf schalten was aber für mich ist das umstellung von hänger zu rufstatteln ja das sind für dich ist so der das ist richtig ich meine die erste fahrte die haben so eine direkte lenkung weiß die sollten leider die in land norden erb hier viel größer machen finde ich ich war hier am liebsten rum das kannst du mir noch 200 jahre erzählen mein lieber ich werde es trotzdem nicht tun ich weiß du klingst wie so katholischer pfarrer irgendwo hin im tiefsten urwald der da in bekehren will nein will ich ja nicht um gottes wird jeder soll das fahren und machen was er will aber wie gesagt aber halt na ich habe auch die mario das komplett die welt die ist noch nicht in spät v war aber wir haben noch kurz rechts ran und warten unser new da kann er noch wir sind ja noch nicht weit gekommen leo ist bei uns brille ja du musst aber das bett vorhanden macht da bestimmt gleich so wir warten jetzt hier auf die mitglieds so viel zeit habe ich dachte dass du geschlafen hast deswegen wollte ich dich jetzt nicht stören wir sind nicht weit 40 kilometer ist auch schon mit die farben und fabi speedy 500 ist so eine online spedition bei steam gibt es kostenlos ist ein nettes gimmick aber man muss es mögen da ist einige aufgaben dabei so einfach ist es gut man wie heißt mcbutcher und passwort dass 123 meine kamera geht mal wieder nicht und wir fahren jetzt von tampa runter nach spanien 4.000 kann ja nicht gehen ist ja ausgeschaltet das ist schlecht und jeder andere ist ja so ich wollte ja noch ich muss mir noch mal so ein wort holen so ein gescheitiges wort was für ein bord naja da so ja aber ich glaube ich weiß was du meinst meinst du ein steam deck oder was ja 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 das ist sehr empfehlenswert ja muss ich mir noch verholen unbedingt da kann man viel blödsinn mitmachen ich bin nicht schön ja ich hab zwar das sind auf meinem netbook aber das reagiert nicht so wie ich will weißt du das ist nicht so ist nicht so das wahre wenn du das holst dann holst du dir es gibt ja verschiedene größen einmal neuner hast du neun tasten drauf ne und der andere ist 15er und dann gibt es ja noch mehr ne 15 ich will schon eins der größten boards mit an holen ich hole mal eine gescheite grafikarte die brauche ich ich habe manchmal mit der 1080 aber ich bin eine rtx oder sowas haben 30 70 oder so die sind gut ja die habe ich mal ausgesucht oder vielleicht noch ein bisschen größer mal gucken 40 90 jetzt haut er aber gleich auf die tasse die kostet knapp 1900 oder so moin 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 schönen guten tag schön dass du es auch zu uns geschafft hast ich habe so die 30 70 im in im die ist auch gut die nutze ich auch glaube ich ja ich meine die 1080 wo ich habe ist nicht schlecht na und von anderen habe ich ja die Rädchen die die 580 serial die ist auch nicht schlecht aber da kannst du nicht so viel machen damit na hier da habe ich manchmal probleme wenn ich zu viel Sachen aufhabe mhm wenn du so viele Sachen aufhast naja äh grafiklastige anwendung ja ich fahre mit vier bildschirmen mhm ja gut okay da kann ich sehen dass die kv hat ein bisschen mhm ja da sind zwei vier k's ne dabei mhm da brauchst du schon die saugen schon ein bisschen was da brauchst du schon fast zwei kaffee karten moin tor.de wie sieht es aus du kannst gleich noch mit dazu kommen wenn du Bock hast wir stehen hier noch also wenn du dich beeilt kannst du noch dazu stoßen würde uns sehr freuen tour ist 4000 kilometer ja zwei neuen monitore an ah ok oh passend zum thema ja ich hab hier das programm äh ich komm jetzt nicht drauf äh da geh ich über den cpu weißt du mhm da kann ich so einstellungen einstellen die einzelne sachen äh das hat mir der tracke gemacht ne weil software bin ich ein lecker szeniker also hardware ja hardware baustell alles was du willst ich hab mir noch nie einen pc gekauft immer noch selbst gebaut die laufach wunderbar und so die grundprogramme kann ich selbst machen nur halt mit dem anderen ja ja jo du hast mir aber von glück gebracht ne echt ja ich hab endlich mein tabak gekriegt mein pfeifentabak ui ja wie sagt seit monaten ausverkauft das kann man dir ja nicht vorstellen ne und bin ich da mal reingestolpert heute weil da eh durch zuvor vorbeikam und dachte guckst du mal oh guckst du so also wie gesagt wir sind oben im tamper und ich hab schon mal stream noch gar nicht gestartet ja sag mal na sag mal sag mal oder wird ja gleich wieder was erzählen oder warte mal ja wobei wir haben nur eines über und was hast du dir für monitor geholt tor wie sagte die und ich wollte dich nicht anschreiben weil ich mich vielleicht gedacht habe dass du schläfst und deswegen dachte ich mir lass mal lieber in ruhe ich kann eigentlich immer anschreiben ich hab benachrichtigungen auf stummen ok also wenn ich sehe dann sehe es wenn ich dann ja wie gesagt ich bin da ein bisschen vorsichtig gerade bei nach so einen geschichten was du da erlebt hast du bin ich lieber vorsichtig wenn sie sich melden kommen sie kommen sie nicht kommen sie nicht mehr ich habe einen 42 zoll telefon 2 35 zoll und 41 zoll samsung ich habe einen k4 den ich loswerden will den kannst du gerne haben das wird abholen wie groß groß 32 zoll ok ja wir müssen mal ein date aus mal da komme ich so runter hoch nicht runter wir sind in berlin ist runter na gut ist hoch ausreich ich wusste dass er wieder streiten will ich das war so klar naja eine kostete 60 ich glaube das wird bestimmt auch sehr lustig ja auf jeden fall freue ich fröhlich das kann ich dir ja schon versprechen ja da muss ich auch was gutes mit ein schöner adverk oder sowas oh ja und ich darf nicht trinken zurzeit so einen kotze na gut ok das macht ja nichts dann trinke ich es für dich das ist richtig so das will ich hören ja und zwei oh ok ich sag dir dann auch wie es schmeckt das ist nett ich bin halt so weil ich würde das dann nämlich andersrum wieder rausschmecken wenn ich auf Toilette hänge leider Gottes ja 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 gut bei mir ist ich meine bei mir ist ja auch nicht viel anders denn mit meinem Wasser weißt du ja ja weil ich abends trinke das pinkele ich morgens wieder raus mhm also die alten herren gespräche für die jungen kerle hier die tun mir jetzt irgendwie leid ja ich kenn das ich kenn das ich kenn das von meiner ex freundin der hat auch was sagen ich hatte bis 60 nichts ich hatte meine 95 und ich bin bei war noch besser gewesen na ja da muss ich eigentlich sagen von glück da habe ich eine schnappe kriegt ich habe zwei monate zwei monate im krankenhaus gelegen waren zwei wochen im koma ich habe in denen zwei monate knapp 40 kilo zugelegt klar ich komme nicht mehr jetzt habe ich nur noch 125 30 kilo und ich weiß nicht wie ich die ohne gräser und ich habe einen kompressor den blasen wir dir einfach raus am besten absaugen kriegen wir auch hin ja das war mir klar es wird hundertprozentig wie ambulant oder hände steht schon lange ja ja da kann man los wenn so weit ist kann er ja bescheid sagen der ist eine bodenluft rakete ja wird uns bis zum ziel wieder ein Ich werde etwas illegal machen. Ich weiß. Ja. So, na dann. Sollten hier, wenn sie die 1,48 machen, sollten die Hänge mit reinmachen. Das wäre super, das wäre so was und super. Ja, 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 ja. Weil es gibt ja nicht nur Sattlets für die Weiße. Ja. Ey, wie gesagt, du bist ja auch vom Fach, ne? Ja, ja. Ich war ja bei denen auch rückwärts an die Rampe dran, ne? Sattelzüge, hier diese Brücken. Nein, Hängerzüge, Brückezüge. Oder Brückenzüge, ja, so heißt es nicht. Brücke. Du meinst das wie in Finnland und so weiter, nur größer? Ja, ja, ja. Mit drei Anhängern dann? Nein, das ist kein Sattel, das ist eine Zugmaschine mit Anhänger. Und da hast du Brücken gefahren. Ich bin früher Brückenzug gefahren. Du musst mal gucken, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich mit meinem Brückzug rumfahre. Mhm. Dann siehst du wie das ist. Du siehst ja abends immer einzelne Brücken rumstehen. Ja. Sowas, sowas habe ich gefahren. Also das ist einfach nur ein längerer Anhänger, wo die Brücke dann auch das Fahrzeug selbst draufkommt. Oder wie? Ja, du fährst mit der Fettlerin mit der Zugmaschine unter die Brücke drunter und drückst sie auf. Also ihr habt keinen festen Koppel. Du kannst verschiedene Brücken fahren, Koppel fahren. Mhm. Ja. Ja. Im Prinzip also vorne ist frei, also ihr könnt überholen. Ja. Das ist ein Spiel realisiert nicht, wenn du überholst. Ich schmeiß mich jedes Mal in den Notgrenzassistenten rein. Ja, den habe ich rausgeschmissen. Das geht mir auf den Sack. Der ist schon ganz gut. Ja, kann ja sein, aber mich bringt das so dermaßen auseinander. Ja, der ist... Sag mal, hier fahrt er aber auch schneller, wie 80? Nein, ich fahr 79. Ich fahr exakt. Ich komm mit 85. Ja, dann haben wir mal wieder das typische Server-Responding-System, was hier rumfeiert. Ja, 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 ja. So, 60 und rechts abbiegen. Ja, rechts abbiegen. Ah, jetzt bin ich langsam bei, bitte. Ja, ich bin mal. Ja, das ist ein bisschen. Wow. Die ersten 200 Kilometer schon geschafft. Ja, wo 120, ne? Ja. Boah, ist das bei uns gerade am Regnen. Krass. Jetzt war der Grund, warum ich erst so spät einkaufen gehen konnte, weil er die ganze Zeit gepisst hat wie aus. Eimern hier. Ne, bei uns macht das Viertelstunde, 20 Minuten Regen, dann kommt die Sonne wieder raus, was hier eine Luftfeuchtigkeit... Ja, ja. Das kommt, das kommt, glaub ich. Subtropik. Ja. Ja, vor allen Dingen der Regen, der, der, der war in 5 Minuten wieder alles trocken. Ja, irgendwie haben wir hier einen Jägersmann unter uns. Wenn Krokodile da draußen rumspringen, weiß ich, wenn ich anrufe. Ach na. Ja, jetzt scheint zum Beispiel wieder die Sonne, ne? Ja. Ich hasse Krokodile. Ein paar Stellen, warum? Du kennst doch die Geschichte, also von daher. Ich meine, es sind geile Tiere, das muss man denen ja schon lassen, ne? Mit ihrem Spatzen hören, was die drauf haben, das ist schon episch. Ja, das ist normalerweise eine der ältesten, die es gibt, ne? Ist es auch. Nebenvögel? Ja. Ja, ein paar, paar Amöben und so, ne? Ein paar Einzeller, die noch Wälder sind. Oh. Ist es schnell die Kurve? Ja. Achtung. Ne, die Ampels. Ach nee. Man fahren mag immer ein bisschen Gas. So stimmt, die haben ja auch Ampeln auf der Bundesstraße. Ja. Ja, ich hab Brot. Ja. Ja, notfalls treffen wir uns am Hafen unten alle. Ja, ja. Wenn wir zu weit auseinandergezogen sind, halt der vorne irgendwo an. Das so und so. Ich mein, man muss ja auch um Sprit achten, ne? Wobei, ich kann 3000 Kilometer fahren mit meinem. Ich hab nur ein 2-Achse. Hm. Auch wenn's mal wieder scheiße klingt, aber gerade bei so'n Touren erinnere ich mich immer gerne zurück, wie wir damals im Irak mit dem HG90 gefahren sind. Und schon wieder rot. Das war wirklich hohe Kunst der Lkw-Verschulung. Ja. Mitten durch die Wüste mit diesem riesen Schiff. Ja. Glaub ich schon. Hier sind ja vier Ampel, du. Ja, ja. Ich hab Glück, ich bin durchgeschlüpft. Die hat die ruck-grüne Welle. Ja. Die gelbe Welle. Ich hab hier die rote Welle. Doch. Wer ist eine Frau, will ich verstehen. Ich nicht. Aber jetzt hat ich mal eine gepackt. Ich habe mir für morgen schöne Nackenstegs rausgelegt, die habe ich jetzt abgehangen, vor dem ist ein bisschen hängen, dem ist ein bisschen trocknen. So, ich bin schon mal rüber. Na, kommen Sie morgen auf die Grille. Ja, warum nicht, das ist auch eine Sache. Ja, ich habe da so einen Kontakt, da ist er da, der ist noch okay. Kontakte klingt auch gut. Ja, ne. So macht die Hülse, das Fleisch macht ja. Jetzt bin ich verkehrt gefahren. Ei. Warte mal, ich muss mal drehen. Äh, wir warten hier drüben auf euch. Ich bin hier bei Polaris 2 jetzt, muss ich mal drehen. Ich fahr wieder mal verkehrt. Oh. Da kommt der ganze Verkehr her? Labe ich zu euch geschickt. Das war, weil ich gerade im Sprung war und es sind alle Autos vor mir gespawnt in den Ladestationen. Ich muss sagen, wenn du so mit 30 über den Park bist, fahr'n wir es bauen dann LKW vor mir. Ich bin hier auch wieder sehr verwirrt. Hier können wir warten. Ich bin schon da. Ja. Seid ihr schon drüben? Ja. Sicher. Sicher. Ja. Ja. Sicher. Ich hab' es gehe. Jawohl. Aufbrechen. Boah, der kriegt weg. So ist gut. Schmeckt weg. Okay. Oh. Da kann man schon loslegen. Wenn du Zeit hast, Vaki kannst du mitfahren. Ja, kann man gerne machen. Warte mal, ich muss mal das Discord anschauen. Jetzt kannst du einen Kommentar dazu geben. Oh, die Seite. Ja, da bitte. Nee, natürlich kann er mitkommen, wenn er will. Ja. Wir sind eben schon relativ weit raus, ne? Ja, wo, da kann ich ja zwischendrin. Ja, da kann er sich hier was zu holen. Das ist richtig. Ja, ich hab' mich wieder verfahren, hast ja gesehen. Deswegen hab' ich auch verfahren. Und ich bin der Schildersammler. Ja, er sammelt Schilder und ich verfahren mich. Also wir passen wunderbar an. Und du auch. So. Äh, ne Currywurst. Da gibt's kein Senf. Da gibt's kein Senf dabei. Hä, Currywurst und Senf? Ja, ja. Ich weiß ja auch nicht. Das ist ja auch nicht. Das ist ja beinahe genauso eklig wie Ananas Döner. Ja. Boah. Ja. Eine probieren würde ich ihn auch. Da bin ich ehrlich. Aber aufessen? Nee. Ananas Döner ist fast. Ja, okay. Wobei Ananas schmeckt eigentlich bei manchen Sagen anders nicht. Ja, ja. Man hört nicht. Wieso hört man nicht? Das ist doch an. Nein. Achtung, Bauschelle rechts. Ah, boah. Ich bin irgendwo gegen gerammelt. Verdammt. So viel zu Schild wird nicht. Nee, der ist ja. Ich bin ja bei ihm im Discord. Ich wollte gerade sagen. Dein Discord ist... Das war aber ein Poller. Das war kein... Aber ich hab keinen Schaden gekriegt. Ja, wieso hört er sich dann? Kann er über das Game gehen oder was? Keine Ahnung. Ja, was du bei dir eingeschaltet hast. Na. Das weiß ich nicht. Wer was denn regle? Oben bei Desktop. Warte mal, ich bleib mal kurz an. Ja, wir warten kurz. So verstanden. Ja, das ist, wenn man mit mehreren Streamers zusammenfährt. Übrigens, Leute könnt ihr gerne bei dem Fabi mal reingucken. Und bei BKL unterstrich 61. Die streamen die gleiche Tour gerade. Was hast du denn jetzt? Nee, ich höre im Hintergrund nur wieder dein Stream. Das Vorlese-Ding. Ja, gut. Das ist, wenn man jetzt... Ich habe... Den kann... Warte mal, da muss ich irgendwie... Was drehe ich denn jetzt runter? Damit der mein Stream nicht hört. Thorsten, was drehe ich runter? Das ist ja... Warte mal, warte mal, ich mein Discord... Was hörst du von meinem Stream? Meck? Gar nichts zum Glück. Was ist denn der Sprechleif? Nur deine Sprachtante da. Ja, ja. Wie in die Posten? Ja, ja. Wie drehen die... 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 die Sprecherin da ohne? Thorsten? Mann, er ist... Ah, hier... Die hat eigentlich eine eigene Audiospur, glaube ich. Ja, ja. Sprachwort, ne, oder? Müsste eigentlich, ja. So, warte mal, ich mach nochmal DC, warte mal... Das ist jetzt? Ja. Keine Ahnung. Da hast du eben was gehört? Deine Tante hören wir immer noch, ja. Das war's dritt gewesen. Herrlich. Wenn du über Lautsprecher das gelaufen hast, dann... Ne, ne, ne... Habe ich ja nicht, warte mal. Da muss er ja, sonst würden wir das ja nicht hören. Habt ihr eben was gehört? Ja. 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 Ja, ich bin im OPS. Ich weiß nicht, wo ich das unterdrehe. Keine Ahnung. Wie viel Kilo fahren wir eigentlich? Wie viel Tonnen fahren? Wie viel Tonnen fahren? Ja, 16 Tonnen, Tafelgeschirr. Jo. Eigentlich gleich mal so viel. Nö, nö. Also, wir können fahren, sagst der. Naja, ich komm nach, komm. Ja. Ja. Und kommt jemand mit rein? Gut. Ja, was... Was... Was ist das, wenn... Was ist das für ein... äh... Streamer-Pod oder... äh... Sprach-Pod oder... Müsste es Streamer-Pod sein, oder? Leichte technische Probleme gerade, Leute. Nicht böse sein. Nein. Nein, das sind keine Probleme. Ich rede ja auch nicht mit dir. Mit meinem Chat. So. Der ist doch aus. Den hab ich doch ausgeschaltet. Den kannst du doch gar nicht hören. Schauen wir ja doch. Wobei ganz leise, also... Ist ertragbar, ne? Ja, der ist jetzt immer noch. Ganz leise ist okay. Okay. Ja, auf jetzt. Wir werden es überleben. Mein Gutes doch. Ach, du weißt genau, dass ich da keine Ahnung von habe. Die da ist. Hier, da ist ach ja ehrlich was wenn wir ohne technische probleme erst jetzt auf die autobahn ist ja so relativ leise also der lautstrecke vorhin das wäre ich jetzt aber so geht es ja läuft alles ja das sage ich habe nicht gesehen im brückspiegel das war jetzt muss ich noch gucken dass ich das ausschalte bzw ausschalten kann ich bin auf dem weg will ich komme nachher ich habe gerade geguckt wo du steckst nicht weit weg so weit bin ich nicht auf die titanik wasser ist für alle da warum dürfen wir hier nur 70 fahren was soll das vielleicht musst du bei ob erst mal unter audio einstellung mal gucken ich bin ja beim audiomixer drin achtung da steht eine rechte spur ok dann machte ich mal sauber geht ich mal duschen er klingt wieder so falsch er kommt bei den discord nicht rein tragisch oder doch kommt er natürlich er kann bloß erstmal nur in den warteraum weil hier in den kanal kommt er nicht ja sicherlich aber ich kann ihn dann gerne ziehen also hast du gehört er hat ja nicht gehört du könntest du könntest weil wir sind beim mac budget im discord du könntest bei ihm in den discord reinkommen in den warteraum dann zieht er dich runter und in dem live ich habe gesagt du könntest beim mac in den discord kommen dann in den warteraum dann zieht er dich runter da muss ich nicht alles übersetzen das kommt wieder auf 80 du bist nicht ganz sauber glaube ich ja er ist das sauber ist jörg steht vor mir ein bj irgendwie so toilettenpapier oder sowas ja ja das ist immer chemisch gereinigt ist der björg das kann ich nicht brauchen du können sie länger wie ich ja also ganz lieber normalerweise glaube ich habe zu sehr bisschen los das sind wir alle mal ja wenn du mit dem ersten abends ab 10 uhr fängt der eine bisher geschwimmen nachvollziehbar verstehe ich nicht was normale war und auch noch lautgesprochen normalerweise jetzt haben wir das elefanteuse rennen hier erfährt aber schneller wie 80 rechts von mir der gesagt hier ist ja nur 70 bei dir ja und nicht der lkw mit 101 auf der linken spur überholt doch einmal das ist ja nicht so als ob wir das schon oft sie noch gehabt hätten so farbigen 67 km kannst du die führung übernehmen wenn du magst ja wenn wir dann irgendwann halten sollen oder so sagt ihm ein bescheuert du kannst auch einfach dann vorbeiziehen ach das so kacke ok nein du sollst die konvoi führung übernehmen das meine ich dass du nach vorne bist mein 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 lkw verspätet sich ein paar minuten der deutsche bahn live ja ich bin ich nur wieder so richtig den fahrer ja ich will mein ich will mein hänger zu ich weckste nicht hast du nicht verdient du warst unartig wenn du weiter so rumhault kommt sie in die opa klappe ja oder so wie ich ne in den russen opa klappt betreutes tod saufen ach ja was will der mensch mehr ja nette ladies angucken und betreut sich zu tode saufen da komme ich nicht drüber schade das stimmt hier abgekürzt ach da vorne kann ich drehen wie konntest du dich jetzt auf der kurzen strecke so verfahren ja ja weil es ja links abgang und rechts abgang und ich bin dann halt mich links gehalten und nehme mir war auto ok kann man machen sollte man aber nicht nö ja jetzt war ich über die kreisverkehr wieder zurück ich habe ein paar Kilometer mehr wie ich bin Kilometer nö 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 Quem 같은데 nö 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 der eine bremse gibt es 영상 ausgebaut du blösten wird wer bremst er dir das artist dasige gero entwuhigt war seinem 80 ich meine ich bin ja ja dann sagte ich lass wollen das ist eine definitionsfrage du kannst auch mit 200 rollen der björks lkw nehmen wir fabian hat aber auch bock ja ja das ist der gotts land ehrlich ja auch nicht richtig da vorne ist ins abkampfflugzeug ja ja wenn du das sind das wirst du das auch machen ich war mal zu mir dann kann unser kleiner farbe die führung übernehmen und ich werde die aufgabe ich reihe mich dann in der neo eine wechsel alle 500 kilometer so wie man gehabt da hat sich nicht schon geändert wir hatten 4300 m kleiner da also ich habe jetzt 253 ja ja du fährst ja auch gerne genau mache ich war gerne ja und der erstplatzierte platziert sich dann wieder auf die hinter also richtig damit jeder mal nach vorne kommt auch dass die leute die hier immer sehen bei mir im stream das ist ein eigener anhänger den du fährst was ist das für ein skin ich habe mit alles ab ich auch nicht auch jetzt wollen okay wenn du vor dem spiel alles haben es gibt 200 euro aus ich weiß und ohne was jetzt noch dazu kommt ich müsste eigentlich alles haben außer ein paar kleine skins weihnachten oder sowas die habe ich mir auch gekauft weil die für beide accounts zählen das war der einzige grund wie plötzlich herzlich willkommen danke für deinen follow aber das war auch das nehmen ja muss ich mal gucken weil beim mack bin ich trennen barbie unterstrich karl heißt den habe ich noch nicht glaube ich ich habe mir überlegt heute trinke ich mein freitagsbier muss ich sagen hatte ich vorhin auch kurz überlegt aber dann war mir meine gummibärchen wichtiger als gestern hatte ich gummibärchen bist du da gespielt ja okay ihr liebst stellenweise sehr gut ab ab 280 hat 108 vierte finnisch gemacht und so 2 19 ernein ein 21er gespielt bin so als mittelfeld ausgeschieden weil es sind wirklich wirklich heftige leute arbeiten ein da ist ich muss sagen also ich habe stelleweise ich würde jetzt wieder anfangen zu streamen wenn es so weiter geht wenn ich mich verhalte und welcher der streamer hier hast du gerade im schlaganfall oder warum fährst du so zick zack linien fabi wie heißt der fabi unterstrich was unterstrich karl fabi an unterstrich karl das hier eigentlich kann ich sagen eben dass er echte ruck da drin hat ja manchmal rechts ein bisschen es liegt aber an der map hier weil diesen die formal vorbereitung bei der 148 da tun die schon wieder ein bisschen was ändern da waren ja schon wieder zwei updates da gewesen guten abend so eine gute fahrt reput dankeschön herzlich willkommen das ist ja nicht vom tragi beeinflussen wenn du dich rein ein druck läuft man die farbe er muss er sein ja sk striktom das jetzt wirklich das andere die stein ich gehöre zu ihm beziehungsweise er gehört zu mir wir haben ja auch eine eigene firma die mtl aber wir fahren nur auf dragsburg deswegen kann ich hier aufs bett vor mit euch fahren also support ist kein mord genau ich bin schon in links köpking in links köpkingen da war ich auch schon real gewesen ich auch lange her ja ja dann bin ich noch für die last nechse gefahren wenn schwede nächste spedition international es war mir geil wenn sie mich angehalten habe wollte es mit mir so englisch zu reden weil ich schwedische menschen ja normal darfst du als deutsche keine ausländische lkw fahren da brauchst du in den nationalen führerschein ja das ist wichtig ja ja wenn normale führerschein dass wir fahren ich hatte ja gehabt da waren sie mir ganz erstaunt dass ich deutsch wird die erste wurde schon leer durch dass wir heute haben wir müssen gleich rechts runter ne ja ich nicht du fährst auch deine eigene kiste bier da hinten ja wir sind ja nicht fein genug weißt warum ich das macht weil ich kann ich wusste dass der serie dieser typische schwäbische aussage kommt ok 3g sie zu dass du uns reingestolpert kommst du kannst ruhig mal ein zwei runde mitfahren jetzt gut wieder einer figur der quark eine soße heute schön das magst du doch so ein bisschen das würde ich ja zugeben dass sie dich mag das kann ich nicht machen das versaut ja eben nicht und dann denkt noch jemand ich bin nett oder unfreundlich und höh auf wir lassen wir nicht erst einreisen gibt es hier nette freundliche leute gibt es hier nicht nein genau wie herzen im chat ist auch verboten ja wir haben böse trappe schlagen oder bis ich runter ja böse schlagen aber klappen dabei klang ich glaube ich danke ich glaube ich habe die klappe so lang bis die schlappe genau weil es so ein schlanger in topf hätte ich jetzt ohne stet gegen einzubinden ja also das geilste was ich mal war ich war ich war in frankfurt drüben im afrikanischen restaurant da habe ich vielleicht mal gegessen am spieß kann man wissen ja die sind geil ich möchte alle schwebe weißt das ist gleich spart sind meint man das werden hier so rummerschwänze oder sowas und einige anderen sachen aber das ist richtig geil hätte ich nicht gedacht ich bin da eingeladen worden arbeitskollege damals ja das ist afrikanisches fest war richtig super die gastfreundschaft und den kram weißt du das ist die afrikaner sind geil alles sehr wie bei deutschland überhaupt nicht nur die afrikaner auch die chinesen und so diesen auch geil also ich weiß noch als ich in afrika war ich meine ich habe das schon mal erzählt in jedes dorf wo wir durch kamen hätte ich eine eine frau heiraten können aber aus der frau hätte es auch drei machen können europa wissen wir nicht wer welches kaliber das ist das macht ja nicht jeder dorf verstehe wollte mir seine tochter an der backe nageln also ich sage ich sage mir immer es gibt keine dicke frauen griffige jahre keine dicke das kannst du da aussuchen wie du willst das mehr zum glück hatte ich die beste ausrede aller zeiten ich habe noch nicht für 80 soldaten bei mir die damit ein problem haben wenn ich damit das haben sie verstanden alles andere haben sie nicht akzeptiert okay war schon lustig ich war hier mit 87 und kommen wie dank also ich habe 81 auf der uhr ich habe sie macht sich weil wenn du über sie magst kommt bezahlt zu strafe zehn prozent normalerweise und da ist ja immer mit busgelder war ich auch aber das gute ist für die mehr schön gelder kann man es auch wieder dann genau wir sind vorgestern im konvoi auch mit ein paar mann natur gefahren oder ein paar touren ohne navi modus das war ich geil ja 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 vor den feste dann noch nicht mehr so schnell weil du ja du musst dich konzentrieren auf die beschilderung und das coole war jeder ist eine ganz andere rote gefahren wir haben ja auch mal bei uns hier die sternfahrten machen wir haben wir einen ausgangsort jeder ein anderer ausgangsort man musste ein ziel treffen aber da musst du genau hinfahren also das ist auch so richtig geil weil du kommst du stelleweist du direkt dahin da waren wo wir hinwollten er ist auch das auch gut spiel hier oder nur nebenstraßen fahren ist auch sehr lustig ja aber kann da schon viel machen dann wenn ich mich geht die autobahn hinterher oder so was alles war die idee von von torsten auch danke fürs volkern oder das ist aber komisch in einer langen namen trans sande ob ich da will ich dich nennen vielen dank fürs volk willkommen bei der mtl beziehungsweise im moment bei ich weiß es nicht so egal wir haben keine namen bei mir haben keine namen für die ziel genau wie heißt nur vb vb genau bei der vb volkseigene betrieb ja wir fahren grad konvoi mit paar kilometer eine kleintour ja und es macht spaß ganz dann hat es ist kann ich drehe sie recht er hat einen knoten in der zunge also der lese strand sand aber wir sind schön der namen also es lassen sich schon manche manche leute was einfallen oh ja train sand danke für dein follow ich sag bei dir ist auch bei dir drin ja ja schön komm lest mal den namen richtig vorher jungen kann ja sagst du herrlich das ist echt herrlich jeder doch nee das ist gut so musst du es sein nice 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 doch ich hab schon wieder pipi in den augen wir haben es ja berechtliche fracht und eine terminlieferung alleine ist schon schlimme noch wenn man zu spät kommen würde abzug ja und wenn du mehr über drei prozent hast kannst du dann schaden kannst du dann auch wegschmeißen der auftrag deswegen sei ja davon wo ich dagegen geknallt bin ich dachte schon ich kann die tour beenden nein und wenn du über 100 kommst kannst du auch wegschmeißen ja also das ist bei spätfau ist das schon ein bisschen da müssen wir vorsichtig sein ja ja auf jeden fall das schon oder natürlich entspannt wir sind ja keine kleine tun ich bin der große du bist der größte ist eine innere an die linge genau äußere ja es bin ich genau ich denke, sieh euer vater aus mach dir nix draus ich wäre zu gern Dave Dudley hören ich habe hier eine festplatte mit ungefähr 3 terabyte musik ja nutzt du nicht spotify da kannst du doch speicher das sind alles selbst das ist alles meine eigene also was heißt meine eigene musik ist man alles cd sich selbst digitalisiert habe und den gramm schaltplatte da ist sowas wie bei wie einem butterfly mit inikata da wieder und komplett pink voids serie und so weiter ich habe früher habe ich zu meiner jugend aufgelegt war unsere wiesbaden big apple auch hier na ja also und das habe ich eine externe festplatte alles drauf weil ich will die schaltplatte drauf überhaupt die die mädel von pink leute und die von einbaden war die indikator wieder die arbeit schon gewisse wert die kosten schon ein bisschen geld ich glaube wenn die kugel verliegt die iron und butter bei die geht an die 1000 euro oder sowas ne und noch 100 kilometer dann habe ich meine 500 kilometer erreicht ja ihr müsst davon amüsieren wir haben wir sehen uns wir haben hier den besten gegen bengen überhaupt ja genau die uhr bedeutet doch richtig durch genudelt gleich bist du es ja aber ich habe mich heute schon angebaggert ich habe es gesehen sie haben vielleicht ja was rumgebaggert hier durch wir sind ja noch nicht mal raus ein jahre viel 50 prozent oder so stand da glaube ich nur knapp 60 mal alleine gezockt da habe ich keine ahnung weiß ich nicht bin es ist fünf sechs stunden angesessen glaube ich beteilte ich zwei tage schaffst du locker auch trage dankeschön für die 30 spitz und du weißt aber das muss nicht sein na ja jetzt bei der schule der frage worte ich nur weil ich auf dich gucken ich war ich danke dir ich bin ich wieder alles auf alles auf einmal aus und kommt noch stelle für dich ja als sache dass der ist schon abzug oder der trage der macht abzug bei macht der sachen die ja gar nicht machen soll wo ist denn die kugma und ja ich denke mal wir werden nach der 4000 euro tour und die schnauze voll haben also ich auf jeden fall das weiß ich jetzt tun ich sagte vielleicht das würde doch gerade warm gefahren ja aber ich nicht dann wollen wir ein kleines bäuschen und dann ja gut ja gut jetzt kommen wir über die geile brücke hier ich liebe sie auf jeden Fall sind wir heute mal am tage gestartet und nicht in der nacht das ist ja mal ganz erstaunlich wir haben gefahren auch eine ganze zeit tagsüber ja dann musst du ganz still sein du bist ja nicht viel anders denn da also oder zwei turnen und fertig ja wenn es reicht reicht dann ist das so dann tut es scheinlich für krümel und gibt mir die ganzen leute zu mir rüber weißt dann ich muss noch weitererfahren richtig so weil du hast ja anstand und du wirst ja auch nicht aufhören ne das macht man nicht ne macht man mindestens eine halbe stunde muss man noch das ist so ein eher gesetzt bei bei twitch ja die halbe stunde sind dann meist 3 3 halb 4 ja man kennt's mit was wie das hat damit auch nichts zu tun ich habe auch jemanden ich muss euch mal zeigen der ist geil jetzt zieht mir das den ganzen rauch aus und macht eine frische angenehme luft wie das haben willst mit ruchscher wie das haben willst einmal kann einmal in der war kannst du den sauber machen kannst du den ganzen trick daraus wie ja das ist das ding ist geil muss ich sagen also ich brauche ich sind das für den groter ja ich lass mich jetzt nach hinten ab also ich bremse jetzt lass mich ausruhen jetzt ich sehe davon ist sehr viele bremsende fahrzeuge wie achtung hinter die kommt ein schnell fahrer ja wie sieht bei euch der kilometernstand aus 3.188 also weit bin ich ja gar nicht mehr weg 3.250 mhm mhm ihr müsst ja bald tanken wie ich das so sehe mhm noch bald relativ sehr dunkel da steht ein bagger rechts ich will ihn meiner oh da kommt eine mautstille wir sind ein bisschen knapp hinter uns 100 kilometer ja boah warum muss diese telepass telepass ist ganz rechts da stehen wir die ganze autos ne aber wir können trotzdem mal kurz an dem rastplatz anhalten dann kann immer ganz kurz aufs Klo das ist kein rastplatz achso das ist eine mautstelle ja jetzt habe ich so gerade gesagt mautraststelle können wir auch anhalten da können wir warten dass karlchen aufgeschlossen hat ja ich bin jetzt an der brücke ja 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 wir sind schon vor der nächsten brücke ne ja ja äh wo halten wir da müssen irgendwo rechts dran fahren dann da ist es ein blaues symbol da ja genau zu 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 ja haben wir Это irgendeine whatever wir er will wir aber unsere pinks sind alle okay also daran liegt es nicht kann das sein dass sie das hier verwechseln mit unserem construction simulator ich denke auch ja dankeschön bei welt vielen dank vielen dank wenn du an die zweite mautstelle kommt die linke spur ist blockiert mittlere auf die zweite es geht das schön lustig autor bist du im discord alles klar ich hole ich gleich rein ja jetzt geht das wie gesagt es liegt nicht am internet das ist das programm das ist doch nicht wahr ich krieg die krise ich muss mal kurz macht das tor hier guten abend schön dass du da bist wir sollten schleunig zusehen dass wir hier weg kommen weil ich trau dem frieden hier nicht aber ich bin gleich muss auch noch mal was holen jetzt die oma dann den hund nein die zu dass wir hier weg kommen jungs das hat das wird zu gefährlich die brücken lassen ein paar meter fahren und die rechts am seite ja langsam fans wieder langsam fahre alles gut ja ja wir können die unser spot zu sehen ja ja aber menschen hast du dein ding selber designt den trailer das ist ein fertiger zu fertig ist zu sein ich hatte mal einen selbst sein lassen von der freundin weil mir mal zu dritt eigentlich anfangen wollten ets zu spielen vor drei jahren oder so und dann habe ich dann halt hochgeladen gehabt 123 ach man es sind alle wieder lang ich habe gerade mal ein lenkrad ausgekoppelt was ist mir da vorne hinstellen ja dass die autos weiterkommen willkommen bis gott anscheinend wollen wir nicht weiterfahren weil ich jetzt diese scheiße stehe gerade oder eigentlich nicht gerade linie egal ich bin vorbeifahren wird neo dann ist die fahrt ich mache schlusslich nee du kommst hinter mir schlusslich ist fabi das ist der nächste grund ja wir sind oben in tampa gestartet und auf dem weg nach spanien runter wir haben noch 3000 kilometer vor uns ganz oben in findland ja ja aber ich habe hier kein sponpunkt ok da ist aber eine werkstatt kann man der reise jetzt will ich gerade machen aber ich habe hier keinen kein sponpunkt dahin ich hatte eine gab ja aber es kann sein dass er noch nicht da gewesen ist deswegen vielleicht ja 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 wenn du zu weit weg bist dann sagt er dir hallo das ist zu weit weg möchtest du aber ich freue mich erst mal generell an euch jungs danke da damit gekommen seid auf dem event das freut mich wirklich sehr sehr morgen machen wir gleich normalen oder bei ats oder werden wir uns darauf konzentrieren texas die neuen strecken dazu erkunden dachte ich mir ja das war so ein bisschen ja ja genau dann woher strebst du auch ob hier muss noch ein paar andere sachen vorher machen aber da habe ich jetzt keine lüse zu ok trotzdem könnte auch mal zur tor unterstrich die gehen wird auch gerne ats ets es ist nämlich einer der positiven nebeneffekte wenn wir mehrere fahren wenn wir uns gegenseitig nämlich unterstützen das ist nämlich auch eine gründe warum ich das gerne mache das sage ich gut weil man sieht ja gerade an farben wie das läuft das freut mich sehr für ihn ja kriegen wir ein star wurde geboren aber meine erste gummibärchen tüte ist alle ich brauche jetzt bitte ein bisschen musik ich habe eine tropie bei geschaltet tourist irgendwas stand da keine ahnung also du bist du jetzt tourist oder terrorist oder beides beides guter mann wer krokodile jagt darf auch terrorist sein also am anfang wo ich das gespielt habe waren vor ein paar jahren da war das schon ziemlich ja ich habe mich gewundert warum sie warum sie sehe ich keine tiere und sonne also man muss schon geduld haben bei diesen spielen aber kann da nicht einfach nur rumrennen da muss darauf achten wo der wind her kommt weil die regier die können ich riechen vom weiten du kannst dann aber später wirst du besser indem du fähigkeiten freischalt ist das ist dann richtig ist die aktsimulation spielen das ist eigentlich ganz geil also wenn man mit mehreren mann steht macht das echt laune also alleine ist es ein bisschen langweilig das glaube ich das glaube dem ja genau also echt jeder er sagt da hat sich ein lkw pkw dahingestellt meine frise zieht ihr einfach aus so ich bin eben zieht einfach ja wenn man sich das spiel holt kann ich auf jeden fall beraten sich die es hieß zu kaufen so warum kommt ihr jetzt hier nicht aus dem sack ach so ich muss auch noch mal tanken jetzt gleich der nächste tanke tanken irgendwie ist mein volvo heute sehr durstig also ich habe jetzt 1038 weil normalerweise hat er in den tank habe ich den da gerade gerammt aus versehen wir wollen gerade bei den skins waren ich habe da vorhin dieses ravenpick entdeckt glaube das werde ich mir bei gelegenheit mal zulegen das gefällt mir 47 kappeln grüßt sich gibt schon manche geiles kennenzulernen aber leider kannst du dir nicht auf alle mann werden anwenden das kommt ohne dazu bei mir auch weil die dieses die des geniegt jetzt ab kannst du halt nur auf einige zugmaschinen anwenden und auf trockenfracht isolation und kühlkoffer wir sind doch aber auch mal guten tag wenn dass du da bist für die anderen sachen eine andere markierung aussuchen ja ich würde mit achtungen anzeugen und bei mir naja mit dem kleinen lila stil drauf wir machen hier eine lange tour 4 5.000 km 4000 und tagstelle ja da muss ich raus ja weil da kann schon gerade was die fresse geben ja normal ist schon mal eine kleine runde machen aber es war später der steht gerade so schön kann man noch mitmachen weiß ich nicht also ich gucke gleich mal nach ob wir noch einen platz haben ich weiß es nicht wie viel wir sind wo hast du das gerade gesehen wie voll der konflikt ist ich habe das nicht mitgezählt warte ich kann gleich gucken moment dass wir noch drei bis in fünf okay also drei leute können gerne noch mitkommen also du kannst gerne noch mitkommen ich weiß noch nicht von woher starten soll ich kann ja ich kann ja vor uns starten irgendwo ich kann doch mal gucken mal wo wir sind mach den motor wie heißt der konvoi mcbutcher kleingeschrieben mcbutcher bekannt von hamburg oder kiel ich schreibe es mal in dem chat und dann musst du über den filter gehen weil sonst findest du den leider nicht immer dieser raser ja da hast du recht wobei mich wundert dass der so gefressen wird jetzt eigentlich nicht also der wohl muss eigentlich relativ so es wird zeit ein pfeifchen sich zu stopfen habe ich gehört nach ich habe endlich wieder glück gebracht ja du der war wochenlang also über zwei monate ausverkauft ich krass ja alle gut mit die alle gut schmeckern geile leute geiler konvoi also was will der mensch mehr nachher vielleicht noch ein bisschen spaß ja wir sind gerade so ins baugewerbe eingestiegen wenn sie ja während du stehst ins kindern gucken habe ich schon ist nice gefällt mir ist echt schick dieses street art gefällt mir schon immer es ist cool aber ich habe zurzeit irgendwie so eine lila macke wer weiß so viel mega schon mal gemacht die hat übergefärbt ist ja alle leute sind anfällig ja wenn wir in der lobby beitreten wird dann musst du noch auf filterungen gehen und beide haken aussetzen da wo dieses genau wo dieses ding steht mit dem mods und passwort ist 123 genau 123 und da musst du gucken wo du ein auftrag annimmst aber wir sind schon ziemlich weit wir fahren richtung spanien malaga der letzte versuch so kann uns auch nennen ja aber schön dass ihr da seid leute ich meine jetzt auch die leute im chat bei euch bleiben hier um so das war schon mal die erste in die dose die wir gepflegt haben so alle wieder da beim docks ist auch unser haus morgen dass du da bist mein gut ich wieder aus wie poppy verarmen hier das ist jetzt nicht wahr es blitzt hier drinnen und da draußen fängt es gerade auch an ich krieg ja nicht die achtung weiter lkw ja 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 weil ich war der letzte der die 500 kilometer gefahren eigentlich müssten karten vor mir fahren weil er dann die komplette führung übernimmt ja das ist nie los ja voll staune wasser scheiße hier ja daimie wir waren heute fleißig beim baggeln wir haben die 50 prozent schon geknackt danke also wir haben hier vorne richtig staune was denn nein hat er mich da jetzt achtung rechte spur steht ein auto quer ist mir gerade mitten in die karre reingefahren schon wieder ja kann man so sagen bereits eine halbe stunden haben heute früh baggert ja also wir müssen jetzt hier langsam vorsichtig fahren weil die ki spinnt mörderisch gerade ja haben wir mal ordentlich fort gemacht beim baggern ja 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 gerade immer erzählt und nachher machen wir noch ein bisschen weiter irgendwie halte ich das ein bisschen so für ein gerücht aber könnte was dran sein und so dümmer wird die ki weil die ki die ganze spieler registrieren muss das ist wahrscheinlich das problem weil die ki muss mit jedem spieler absprechen wo sie hin soll jetzt schüttet was einmal entweder fahrst du schneller oder fahrst du langsamer scheiß bus terror wo sie dann ich muss jetzt mal da rein kommen ich meine bus bordeon neo da ist ein bus der fährt halt der kann 100 fahren fährt 90 nee 82 und bremst immer wieder ab ja also ungefähr wer ist da vorne terror bus jetzt kann ich ihn überholen nee rio lass mal die anderen aufschließen wir sind relativ weit vorne ja ich cruise mit 79 ich habe 85 gelockt ok ja dieses server responding ist manchmal hier echt der hammer das ist so mein äh das ist mein handy das ist mein handy das ist mein spotify mal übers Handy steuern den Bock jetzt rauszutecken mhm weil ich verglatt 80 und neo zieht bei mir vorbei ne also das ist wahnsinn ja ich fasse 79 ja ja ich finde das manchmal komisch wenn ihr jetzt sagen wir mal ein tempomat auf 80 habt ihr seid voll bei back von uns wir haben auch 85 ja ja das meine ich das haben wir gerade besprochen ne fabi das ist es ja was uns das ist bei ats aber genauso das ist ich schalte mal auf 75 runter geht vielleicht noch der navicke verkehr hinter uns mal auf die überholspur ja mach ich das auch nicht aber auf 75 runter ne ne ihr müsst ihr aufschließen wir warten hier vorne wir fahren nur langsam dass ihr aufschließen könnt ihren ihren von komischется jlier eigentlich ja ich also ich versuch möglichst ruhig zu bleiben hier vorne aber das ist schwer die am liebsten alles gerade hier wirklich mit dem katapult weg schießen reicht also ein mg3 oben auf dem dach einmal wird und weg das wäre genau meine welt kann so eine panzer abwehrkanone drin wie mit dem container genau automatisiert der fall wieder 75 ist frei es ist nicht wo die anderen zwei sind ja da sind die auseinander gezogen ja wir fahren mal rechts ran das hat die kinder wir sind jetzt bei 70 also ich ich hole euch sowieso mehr ein das ist soweit leider ja tor das ist ja du bist da er war doch nach hamburg oder sowas und noch weiter von heute da eine ladung jetzt mal gucken wo der trainer kam vorstückt ja keine chance sagt er kommt mit volldampf und gedampft bei nado recht sieht er seht ihr den weiß wo vor mir werden bis auf 20 runter gebremst hier soll ich warten oder weiter fahren warte mal ich komme gleich wieder zurück ich bin an dir vorbei die nähe sollst du ja auch an mir vorbei du bist ja dann der nächste dann okay bin ja schon wieder da ja ja in die blicki disco disco jetzt auch rein weil er nach dem server gebracht hat weiß nicht gesehen habe ich noch nicht wenn er da scheiße baut du hast die rechte ihn rauszuschmeißen ich weiß nicht der ist gerade neu dazugekommen jetzt blockiert er hier vor die farbe und ich komme nicht weg ok da jetzt hier so ein ki lkw fahrer geräumt hat ach so er hat ihn mit absicht geräumt weiß ich nicht habe ich nicht gesehen aber ich brauche mich eben zu wenn er da scheiße baut du hast die rechte ihn rauszuschmeißen ich sehe deswegen gebe ich ja die moderatoren recht an euch weiter dann wenn du das noch mal sieht schmeißen raus ja ich habe nur gesehen plötzlich dass ein ki fahrer davor eine vollbringung so gemacht hat als habe ich zufällig gesehen dass da hier neue spieler daneben ist hier links neben der einheit der gefragt ob man mitfahren darf ich dachte das ist ja ich war das kevin du warst hast oder was ok also der geile ist zu uns weil nämlich sein da stand nicht sein name links überholen geht nicht mit rechts überholen geht nicht naja wir stecken hier voll in der patsche ja weil wir schon wieder komplett zerrissen sind hier 65 ja weil wir haben das leider in letzter zeit häufiger gehabt dass leute einfach dann zum rambe reinkommen leider und seitdem gebe ich dann wo ich leute weiß die vernünftig sind die mod rechte weil ich sehe das ja nicht was da hinten passiert oder wenn die sich auf einmal genau neben ein porten weißt du schon kannst du gleich rausschmeißen weil dann wird gescheatet und so wird wird die nicht geduldet ich habe das nicht mehr gesehen gerade der gehört zu mir ja das habe ich schon mitgekriegt hat der damen kann ja trotzdem sein der strom schränkern will ja wir stehen dann zurück ja gnadenlos an los ich habe wurde war von land der elbtunnel haben wir letztes erst den bericht übersehen da bei mir kommt aber jetzt wie die brühe runter nach gewitter das ist für die real neon das ist auch der halte genügend abstand hat er eben der wettfrau gesagt das war sie auch weil ich kann kein abstand halte weil ich bin ja vorne und scheiße ich muss noch gleich ja mein fenster ist offen und das sturmt hier gerade bei mir ich halte gerne an die fahr mal raus aus dem tunnel das ja den habe ich schon lange achtung ich ziehe rechts rüber ich sehe es danke ich muss mal kurz anhalten ich muss doch ein fenster zu machen fahrt mal ruhig weil sonst regnet mir hier rein darauf habe ich ja ja kein bock ganz langsam fahren da ist auch ganz langsam rollen mal ausrollen lassen was los kommst du rein oder bist du da oder 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 ja das war knapp das hat er fast geklappt wenn du wieder da gehen soll ich eile da hast du da auf der brücke los ja ich weiß es war auch seine stunden da waren sogar eben gerade hagelkörner dabei ich rolle wieder und los wir haben sehr angesagt das ist die aber immer noch 60 klopft im moment wie war ich bin sicher dass du dass du vorne fahren möchtest wenn du dich immer verfährst ja das ist das der leon moin sakura äh tust du mir mal gefallen ordne dich mal bitte in den konvoi ein wenn es geht ich weiß dass das der leon war der möchte mal geschubst dann von mir kannst du wieder 80 fahren ne wissen ungefähr da ja 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 dann kommt sakura und dann bin ich dran fabi ist ganz hinten und ganz ganz weit hinten ist tor alter was denn hier in der ausverlust alter was machen die denn hier schon wieder heute wuschelt heim also ich hab 85 gelockt äh ich hab 80 80 erlaubt ja 10 prozent kannst du zurechnen also normal 87 passiert noch nichts aber 88 kriegs dann strafe wenn die polizei hinter dir ist 5 kadenz ich bin noch bei 81 das reicht so wie viel seid ihr denn heute wir sind gerade sechs leute sorry dass ich das jetzt nicht gekriegt hat wie viel langsam wird es eng naja wenn trak jetzt noch kommt sind wir sieben ne ja eng ist immer gut ich hab jetzt auf diesen dummen spruch gewartet einer musste ja ne ja das hab ich auch das hab ich auch naja eng ist ein lehnbarer begriff ne ja das war der zweite dumm spruch ne ja ja und in der regel haben die eine rote bärte ich weiß ja ja so haben wir es jetzt oder mann die witze werden ja immer bodenlos ja hat dann noch irgendeinen entspruch guter pirat stecht auch ins worte mehr ja 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 wer weiß wie will wären dann eine struktur eingehen und lasen eine struktur eingehen habe ich schon gerade ich wollte gerade sagen der war jetzt ja 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 hat ich bin ja 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 ich bin ja ok ok da werden wir nämlich achten weil der konvoi voll ja ich hab die wollte auch kommen hat aber schon gesagt hätte ich nicht ok na gut wir fahren bis 20 18 dann mache ich jetzt meine hunde runde wenn meine nächste tour mache oder war meine pause denke ich mir so ja ja und dann geht es weiter man hat ja vor bis zehn zu fahren richtig bis gern gesehen mein lieber welches man so sagen darf wir fahren auch ohne mutz hier ist rein vanille ja mit eierlikör geschmack ja genau und kassi das ist ja super da haben wir ein bisschen fahren unter anderem drei woche urlaub ich bin frohste damen urlaub jetzt ja hier den gedäten doch nur vom pc gammelt hallo ich habe genauso viel oder wenig zu tun wie du das wage ich 102 prozent zu bezweifeln ich habe auch ein hund und sohn ja ja ohne anderem unter anderem und der will ja auch gepflegt und gehegt und bespaßt werden das ist aber kein job das könnte man so nennen wenn man will aber naja ich hält manche leute sein nutzer ziehen ich war ja jahrelang war ich ja ausbildungspartner das ist schon wieder was anderes also übrungspartner da kommen heute noch paar leute zu mir und wollen bis sie was lernen ich bin ja beim sv ok groß gerau schon seit über 35 jahre ich bin bei der stv angestellt zählt dadurch stv strahlverkehrsordnung ja ja das zählt auch ich bin jetzt angestellt das ist ja alles freiwillig und ehrenamtlicher bagger fahrer ja ja und unter anderem ein amt zu spitz doch pirat genau und panzer und 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 flugzeug ja da falle ich immer vom himmel verdient natürlich nicht naja aber du bist ein vielbeschäftigter mensch respekt nö ok kein respekt nö 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 sag ich nö ok 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 auch von euch noch jemanden in gaming monitor ja wie groß 24 kleine ja gut könnte ich was willst du haben ja da ist noch nicht so alt ist ein ahok 165 herz macht ein richtig gutes geiles bild kommt drauf an wir haben uns schon vielleicht irgendwie einig kiste bier ich komme aus hessen ja ich doch auch ja kassel sagt ihr das was ja 50 50 kilometer weg von mir kassel wozu genau die hier im kreis ok ja wie heißt es da macht das nach dem stream kenn ich ja mal mein namens spiel genau wenn wir uns einmal unterhalten ich komme aus mehrfelden wohnen alle wieder auf einem fleck und ich hier aber berliner wieder ganz alleine ich habe ungefähr so kilometer bis zur stadt mann lässt also ich wurde direkt fast also zwei kilometer bis zum flug habe aber schön gelegen schön war in der rathaus bitte munster der nähe vom rathaus im erfüllen nein nein ich wohne in schwarzwald schweizung wo wieso wo kommst du her wo wirst du mein ich ich komme selbst aus dem mannheim aber meine ex hatte in waldorf über felgen gewohnt deswegen kennt mich da relativ gut die selbst hat immer felgenrot ja so ich wohne ja in waldorf ja aber ich kenne da trotzdem die gegend zu einer fahrrad gefahren naja ich wohne da wo die sportplätze sind denn es wird sportplätze wurde da hinten wo die feuerwehr ist feuerwehr platz ist und so die hunde wiese ist die großen naturschutzgebiet zum öfter einmal durch durchgelaufen ja ja da da wohnen ich da bin ich hin zu welcher weiß so schön ist ich brauche einfach nur über die straße über den platz über den platz gehen da bin ich schon recht unfall kommt dann die sportplätze und dann direkt im wald weißt du das waldbrand bei uns während dem waldbrand drei fliegerbomben gefunden war ich da habe ich mitbekommen dachte mir auch so okay sollten wir uns ein bisschen sagen machen ja wenn die bomben in dem wald finden der gerade brennt ist glaube ich nicht so das geilste macht nur ein bisschen bumm wir wohnen wir wohnen alle ein bisschen nah bei uns haben aber 60 ich muss hier ein bisschen ohne mit der geschwildigkeit war es ein glück da kam eben die polizei mir vorbei auf rechts ist die in der city strecke normal müsse sie geland sein achtung links schnell fahrer denkt man hier 60 ja ich bin bei 70 ich glaube ich bin 60 hassel ost ein kilometer aber jungs wir fahren sehr diszipliniert ich hätte das für chaotische gehalten was kassel ost dann kommt bei mir vorbei da können wir kaffee trinken ja kaffee hast du kein bier da ja bia bia und da ja dann komme ich ich darf auch keins trinken aber ich will es trotzdem haben ein schöner whisky ne den kann ich da kann ich leider nicht helfen damit kann ich dienen japanischer whisky zu dir komme ich sowieso runter das kannst du mir glauben das ist mir klar dass du mir das nicht ersparst ne das kannst du mir glauben ich bin nirgends was man seine ruhe vor dem kerr mhm japanischer whisky ist guter whisky oh die flasche ist so geil allein scottischer whisky ist gut ich mag gucke ich will nächster wieder rüber rüberfliegen wo wir den whiskytorn machen wie england oder was jaja schatland kannst du euren schwiegersohn gleich in der backpfeife verpassen da sind wir letztens quer durch also der sack bringt nie so das gute zeug mit von alva rüber bis zum atlantik mhm aber 8 oder 90 cillin besucht ich muss immer diesen bliege schottischen whisky da hallo billig von meinem schwiegersohn du droppst hör zu da steh die füße ja ich hab da ein whisky getrunken da hat mich das gläschen hat mich knapp 40 euro gekostet ja weil sie wussten dass du das glas wieder mit verschluckst ja da die flasche ist 16.000 16.000 Pfund das war mal ein jahrgang wo ich getrunken habe das muss man geben das muss man sein das muss man mal einmal darüber gehen und seinen jahrgang bringen also ich war ja nur schon oft da drüben ich bin immer noch nicht in die Petroleum gekommen und ich das musste ja gut ich konnte mal ein paar Bilder zeug ich hätte geil ich habe noch hier zwei kühle amd kühle zu vergeben das könnt ihr gerne mal bei uns auf dem discord in den hilfekanal stellen vielleicht habt ihr ja glück und braucht das weil ich habe ja ich habe ja mein pc komplett auf wasserkühlung umgestellt ne war es glück ja da habe ich auch noch ich habe zwei gute cpu kühle vom ryzen 7 und für die grafikkarte auch noch die kühle die drei werden die laden in den graben weil ich habe ja alles auf ähm wie gesagt auf wasserkühlung umgestellt glaubbar ist es hat sich strandiert bei der hitze natürlich weil der strahlt jetzt immer noch genug hitze aus aber auch so langsam ich komme so langsam an euch ran aber nur langsam wie viel hunderte fährst du gerade 90 schneller geht nicht die mussten wollen auf tracks auftrag annehmen um darüber auf rote ich weiß ja ja ich bin jetzt bei 2574 km so rund 200 km hinter uns und ihr der entende mehr fabi was ich habe fabi gefragt ja ich bin hinter dir okay nein was ist denn jetzt passiert okay dass ich sehe es gerade du fliegst durch die luft ja war ja wieder klar dass mich da trifft als der luftschauber gebietet ja ich weiß auch nicht ich sehe ein wenig zermatscht aus also ich halte an aber ich will wollen auch ich kann mich abschleppen lassen ich bin raus ich bin weil ich absteppen lässt ist okay kommst du da weg nein das war keine ganz der schrott hast du keine flight camp leider waren wir hier und übergucken woher ist es kann ja sein dass sie sich nach vorne schleppen lässt warum hat er den jetzt der hängt zwischen leitplanke und flieger quer ich meine nach vorne absteppen oder macht doch laden neuladen kann ich nicht weil dann lebt ihr euch ja auch das funktioniert nicht kleiner ich muss jetzt erstmal gucken dass ich hier wieder auf sein kann weil er hat mich gerade abgesagt ja weil der bad badger ist doch der host vom spiel dann soll ich beschrieben wenn der schnelle also geht dann lädt er nur sich nein 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 dann bricht er den server ab oder wir müssen alle stehen bleiben dann geht das dann müssen wir aber alle neu connect das macht keinen sinn das ist quatsch das problem ist dass ich jetzt hier meine ladung nicht aufnehmen kann ich hänge so beschissen drinnen ich denke mal wenn er dich abschleppen lässt die ladung nein der hat ihn abgesattelt fragt mich nicht ich war es nicht ich hänge jetzt hier wie so ein schwitz kann ja natürlich immer die anderen wer sonst ich hab's ja gesehen er hing auf einmal in der luft und dann hat er sich quer gestellt da war keine chance ich kann jetzt nur eins versuchen ich bleib mal hier auf den dings stehen ich bleib jetzt mal steht einfach notfalls muss ich zurückfahren und mein anhänger wieder abholen ist das geil ne er hat ihn mitgenommen glück gehabt wo weiß ich noch nicht guck jetzt mal 29.000 schaden jawohl das geht ja noch da würde ich mir total schon er wird nach kassel geholt ja gut dann warten wir einfach alle mal wie da bei frankfurt an der tankstelle wo ich bin jetzt hier am kreuz bank voll also kurz von frankfurter kreuz da habe ich mich erschrocken das ist mein armes alte herz stoßen wir alle mal zu dir auf und dann weißt du wie mir das ging bei ats jungen am träumen am fahren und auf einmal steht ein zug vor mir in der wüste ja das haben wir letztens auch das haben wir die erzählt dass wir das auch hatten ja und voll davor geklatscht das saß ich da ich stande im stuhl bei uns war die geklatscht sind wir nicht wir haben bloß gesehen aber jetzt noch viele freistellungen fahren da kam er ist noch viel weiter weg jetzt und über acht und warten oder ja 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 weil ich das kann sein dass der wegen volt aufs rex aufbracht dass du da eine andere soweit du bist genau so weit weg wie du mir fahrt ja ich muss nur mal gucken wie ihr fahrt irgendwie fahrt ihr an die 45 dann kommst du direkt auf uns auf was habt ihr es nach wie ich stehe nicht größte ist verkehrt eingestellt das kann sein dass der wegen volt aufs rex aufbracht dass du da eine andere route hast war da muss ich ich klicke mal euch an da zack darunter und dann ich habe die strecke geändert jetzt zu herz entfakt in coming ja ich war wirklich wirklich einfach weiter geradeaus nach rechts sonst dann nirgendwo mehr wo du hinfahren ganz ich vermute mal da ist irgendein fahrzeug response unter mir genau in dem umblick das kann ich mir das jetzt gar nicht nicht erklären ja weil du bist ja voll abgerufen ja wie so eine bodenluft rakete aber es war wieder klar dass mich das erwischen muss mich halt wirklich das ist der haus wenn ich den haus aber ja nicht alle anderen die mit ihm kommunizieren müssen ich bin wieder gut sie hat immer dieses glück das wisse wenn irgendwas schief gehen kann dann bin ich das genau und morgen und willkommen im von weil sorry dass ich euch überhört habe aber ich war hier gerade ein bisschen anderweitig beschäftigt aber gut ist die ladung ist nicht so schlimm lassen prozent hast du noch ladung gar keine gar nichts das gut aber genug geld ja eben problem ist muss das wieder mit die probleme kriegen könnten ja ich habe noch 70 km dann kann der nächste vorfahren ja das wäre dann eigentlich habe ich wieder ich schon wieder die quatsch ich bin dran sorry fünf mal drei ich wäre es oder ja ich weiß bist du ja mag an die ist angefangen dann kam ich dann war neon jetzt war karl ja genau das will ich wieder vorfahren und dann ich müsste dann quasi hinter andy fahren ja und dann kommt der tor noch mit rein in welchen channel in den warteraum runter bitte er kann uns nicht sehen dass was war da wo live steht in der theorie müsste ich auch voran liefern das ist eigentlich ja kannst du auch gerne mir ist es egal also wie gesagt ich reiß mich nicht rum kevin in den warterraum irgendwie sagt wie gesagt ich ziehe ihn gleich runter wenn ich bei euch bin weil ich jetzt nicht schon wieder raus tappen ich habe auch schön ja wir haben alle ein schön ich habe den liebesengel den liebesengel was wird ja doch mal mein skin angucken ja bin ich gerade bei hier scheinbar dreieck bin ich aber dann ist anja ganz weise ich komme mit 130 an die brauchst wenn sie ja sonst kein freund davon aber diesmal haben wir es eilig ich würde jetzt gerade auseinander fallen wir machen es so karl fährt vor du fährst nach und dann waren wir drei halt ist das nächste glied da musst du keine drei fahrzeuge wollen richtig er kommt mit großen schritten ja ich habe die geschwindigkeitsbegrenzung heraus genommen und vergessen wieder rein zu machen deswegen also wenn man kevin als sakuta im echten leben auf der autobahn sehen würde und er wird gibt die lichthupe du würdest einfach nagasaki und fokushima gleichzeitig sein das sind irgendwie 18 aber die japaner sind wirklich so durchgeknallt das kind wird ja ich kenne das ist das ist ja wie der komische fettius scooter in gta wo irgendwie 48.000 drin sind alle du ist falsch abgewogen ich weiß ich weiß und ich habe jetzt keine möglichkeit zu wenden nicht trotteln ja fahrt schon mal los ich komme hinterher suche mir jetzt gleich eine strecke wenn das die nächste ausfahrt dann rechts nehmen kann die welt des kreuz kommt man einmal kreuz kommst du wieder zu uns rein morgen und willkommen im konvoy ich bin da bei euch gut am wenigsten einer ist richtig gefahren kreuz 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 jetzt sind wir voll warum steht er hier mitten auf der kasse weiß ja das ist erะ so jetzt ziehe ich erstmal den melting drunter rat ihr mal los 0 hinterher eventuell von mcl betrennt sich sogar so jetzt gehen wir ihm erst mal eine rolle ich habe mal gemacht das habe ich nicht gehört sonst irgendjemand im diskon den ich nicht sehe das war steuert ja ein bisschen 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 leiser machen und dann geht das alles hat mit katar um das hört man bisher was wieder gerade rummick hat im hintergrund ich bin ganz leise ich kriege mich nie auf wenn ich mich aufregel sieht das anders aus ja nein ich muss mal kurz zur werkstatt hat sie nächsten erwischt der vorhin motor auf die funktion aber ich kann mich gleich zu euch bohren ich habe ja die vielleicht können ich sehe trage ich schon verstehe da vorne ja okay wenn ich dann da okay also meine route ist sogar schon auf euch gelegt also dann können wir ja kurz an der tankstelle halten ja danke müsste ich jetzt auch verlangen soll ich habe zwar noch für 800 kilometer spurt aber dann kann ich jetzt dann die tankstelle warten auf jeden dann ist alles wieder dann können wir auch da den wechsel machen ja ja das wäre ein konvoy ohne ich meine ohne so eine vorkommende so dass man nicht damit unfälle oder sonstige das würde ja das gibt es jetzt haben wir noch nie gehabt genau ist dann hier der sakuta fährt er mit gamepad oder mit tasten ich werde erst ein scheiß ich war mit lenker aber der hat dann ja so flack batterie da dran aber sieht nicht schlecht aus ich mache jetzt was soll ich schon wieder die abfahrt verpassen ich muss persönlich aufpassen bei diesen affen geschwindigkeiten heute gerade wenn noch ein unfall überlebt der transport nicht hier das ist klar 130 wo springst denn rum ach da ich bin in voller fahrt und rechts rechts kann man ja noch eine rauchen gehen hier das kannst du ja so pflicht machen die ohne halbe so jetzt geht es runter ich bin auf der strecke auf der arbeit fahr ich stehe wo ist wiesbaden ist nicht auf der karte meine heimatstadt hier ist jeden tag da in vorn liebes weg ich bin da geworden rombach so natürlich gleich die polizei die einen unfall baut beinahe ich lache mir ja kaputt hier alter was ist los hier heute ist ja der hammer und natürlich gleich bauen sie mich für 100 euro rein so ich wollte jetzt genau hinter euch sein eigentlich fast ja fast muss doch einmal abfahren aber dann hast du es auch krass das sind echt möh 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 und wieder 4000 40 zu schnell soll ich eigentlich auch schon mal aufgefallen dass google maps mittlerweile die stimme wechselt den habe ich jetzt leider nicht verstanden aber sein LKW wäre so karl wir können mal die Maschine hier noch die Kaffeemaschine und der Fernseher und so jetzt sind wir wieder richtig schön mhm weißt du mal, das gehört alles zum Fernfahren dazu, ne? joa ja natürlich sind amerikanischen Trucks teilweise Wasserbetten drinnen sind ja ja und der Liter sitze mhm und ich hab jetzt zwei äh gaming studen von der Liter mhm ja wie gesagt, ich finde die Idee von Tora mit dem LKW sitzt total geil ja er hat richtig was ja ja mit Luftkompressor und etc ja ja guck mal der ist ja gleich da, der Batsche äh was hier selten dass ich mich verfahren aber wenn dann richtig ja wie es gehört halbe Sachen haben wir hier noch nie gemacht mach mal ein schaukopf möchtest du mal einen auf karl machen? ja sei still dahin den habe ich jetzt nicht gehört aber mit Absicht zu überhört mhm ja eigentlich habe ich ein relativ gutes Navigationssystem im Kopf aber naja nicht immer die müssen auf den nächsten Tanken dann naja ich muss auch tanken, ich habe jetzt gerade so viel Sprit verballert das ist ja nicht ökologisches Fahren und ich will jetzt noch mal in der Richtung kriegen mhm 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 da kommen wir ja die lila mucu die keine sein darf halt dass du mal den motor aus ja genau jetzt legen du mit den tank so für die vier lüder gut dann fahren wir wieder in reihe vor so sieht es aus ich mache letzte ich fahre wieder hinter morg wir fahren über leon montpellier so wer soll jetzt vorfahren ich ja ich 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 verhindere die aber wir nehmen dich bitte das habe ich mich nicht benehmen wir ja ganz unrecht hat er ja nicht also hallo das muss zählt auf mich ja genauso ich muss mich auch benehmen ja also hallo so können alle aufschließen das kommt doch mal mich denn du da vorne bist 74 gerade so sehr gut steht auch hier ok ich bin rund auf 60 und so guten morgen ich bin dass du da bist wie geht's dir ich bin zu schnell warte mal rein ok jetzt sind alle da ihr rechts runter ja bisschen gerade im straß gewesen weil ich hier so ein bisschen mit unfall hatte aber sonst an schnitt meckern von euch einer net noch eine ls konsole rumfliegen landwirtschaftssimulator die konsole die so wie schon die kostet da glaube ich so an die 30 euro die habe ich auch mal ein 18 gang schifter das ist wie der der bei amazonen für 120 angeboten wird genau der gleiche genau dasselbe genau wie die das machen die bestellte in der trüppe legen sich auf lage und wir kaufen hier in deutschland mit teuer geld aber ich denke mal die haben direkte beziehung vom hersteller weiß man kostet sowieso nix die kriege ich gar nicht auf das eigentlich meistens direkt aus china oder wo auch mal das war nicht lang anderthalb wochen eine magische stelle habe es geschrieben anderthalb wochen waren es so dass das war eine woche ich hatte freitags bestellt und darauf die woche donnerstags war ich wollte ich ja noch mal nachfahre ob sie zufrieden ist mit dem ding top 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 die habe noch mehr sachen auch bei petrass master an den kamen wir haben ganze arsch von dem zeug das nicht wie im arsch da will ich mal gucken nach so einer konsole weil ich wollte hier für euro track und amerikaner kam irgend so was welche auch aber ja da ist die ls konsole am besten mit kannst du alles steuern die hat auf 40 glaube ich ich habe ich feiere bis in welchen blog mit einem netbook gibt es aber das ist das reagiert nicht so wie ich will so genau oder sim dashboard ja ja ganz vergessen habe ich auch gehabt habe es mir gekauft auch über hier ein tablet kannst du knicken ich habe es mir auch anders davor gestellt ja ja anderen schwärmen von aber die reagieren nicht so wie ich will jeder habe ich abgeschaltet was mal interessant wäre wäre dieses tobi eintracking system das eintrack hatte trage ich werde die ganze zeit mit dem eintrack ich hatte mir mal an gewohnt mit dem via headset zu fahren auch geil sitzt da kannst den kopf drehen das ist auch richtig nahe ist aber auch ein bisschen was hast du da was hast du da track is there ich habe mich nicht fest an richtig die a brille oder ja ja richtig gesetzt was hast du für eine eine pico oder die sind aber eigentlich gut also ja das vertrage ich leider nicht da wird mir kotz schlecht so sind alle da kann ich wieder beschleunigen ich glaube ich habe ich das mal probiert um gottes willen die place ist dafür auch nicht ausgelegt also ich habe es mal mit dabei ich habe ja die pico vier da habe ich erst einmal ets mit via gespielen das ist grafik ist jetzt ein bisschen unscharf aber es ist einfach nur vom feeling her auf und gehalten ich habe auch zwei sensoren und alles also ich wollte mir hier was da ans headsets an klemmst das ihr 5 auch eine gute idee habe ich auch schon mal im fokus gehabt ja das ist gar nicht mehr schlägt definitiv die preise zu vergleichen mit dem direkt beim hersteller bestellen oder bei amazon ja genau was macht er denn hier vorne ich habe mich direkt beim hersteller reingeschaut hätte ich mir locker 20 allweil sparen können ja das kann ich auch so bestätigen das ging bei mir genauso dann müsst ihr mal bei 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 ali googeln die haben hundertprozentig auch sowas ja da wäre ich ein bisschen vorsichtig bei sowas ja weil das schon in den hightechs hier wenn du über paypal bestellst kann dir gar nichts passieren das würde ich jetzt ja aber da hast du den stress und alles ja gut hast halt ein bisschen warte zeit wenn schief läuft aber wie gesagt mein schifter war innerhalb von sechs tagen da ja ich meine bei sowas kannst du ja nichts falsch machen wenn du die so einfach eure frau trecker oder sowas für im jahr herzen brillen und sowas kaufst über ali das ist halt billig kam dann wahrscheinlich da nicht funktioniert dann fängst du an zu spaßten achtung wir müssen nicht so gut nicht sogar also da beim trecker würde ich auch nicht warum aber sakuta vor mir hat irgendwie glaube ich das ist ein bisschen gehandels geben ja war hat ein lkw der macht als links rechts links rechts dann stehst du mal kurz vor mich halt schon als weit abstand wir sind auch in frankreich da hat das normal ja das musst du ja wissen ja genau ich darf das ja es kommt drauf an auch was denn selber mehr angeschlossen ist ja wobei jetzt jetzt haben wir das berlin ja am moment tut meine auch ganz leicht schmecken das ist generell zurzeit so ein phänomen aber wie gesagt bei mir 900 download und 53 upload also an mir liegt es nicht auch die packung gesucht okay da warum man nur 16 17 fps also im spiel hier ja ja mein ob es fährt mit 60 es geht ja wieder hoch wir können ja bei mir ist das ganz komisch vorher hatte ich das nette im ups wenn ich streame und jetzt mittlerweile auf einmal gehen wir die frame geht mit die frame rate in keller aber volles rohr ja die haben wir doch wieder ein update gehabt ja toll ganz toll ja da habe ich gestern war das bock ist dann habe ich mich raus geschmissen wobei die das abweg gerade zieht der wenn ich will ich streame weiß ja mit seinen leute rein und bummer strausen ja das hat uns auch sehr verwundert ja ja jetzt kommt die wahrheit raus ja ich bin auf 90 89 gelockt so wie wir jetzt auch wissen dass es aliens gibt ne und es hat niemanden interessiert in der welt ist es so geil es sind kennt ihr die in der netflix serie wo die mit dem kumpen achtung links und wiederum mit dem kometen die entdeckenden kometen die auf der erde einschlagen sollen und die us-regierung komplett ja egal wir haben wahlkampf das ist viel wichtiger das ist so geil so was wir nicht ja eben ich stelle bevor das passiert was er mit der gang das war die zeit basieren die kann ich sogar ganz schlimm hier heute ist extrem ich wüsste gar nicht was ich machen würde wenn komet einschlagen würde ich glaube wir in dem moment alles relativ bums egal und ich würde einfach meinen die letzten zwei tage oder den letzten tag genießen eben kiste bier sich schön entwegs auf ein bisschen rumvögeln gehen und gut ist was willst du denn machen wird sich erschießen deswegen oder ja das war die 200 kilometer da wird da die autobahn voll sein da bist du nicht der einzige auf die mt kommt das gibt dann so eine generelle perch ich denke ich guckst du bei der version an bist du zu hause ja bald nicht mehr da bin ich immer noch den bei 20 12 ich bin es nicht sagt gut da bist du was der da steht am abhang am abhang wo die grand canyon hoch geht ne der typ ist der echte klasse zack und dann diese muss noch wie die welle ihn wegfetzt ja ja geiler tod ja das ist das angenehmste schätze ich mal da merkst du nicht mehr ja oder müsst ihr schlagen lassen oder sowas oder verbrennen oder so ein scheiß ja schnell da bist verbrennen ist nicht so schlimm ertrinken ist ekelig ja da ist zurecht 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 weil du ja gegen den reflex wenn du nicht trainiert bist du nicht machen kannst ja ja das sind ja zum beispiel die abnormtaucher die das sehr trainieren also die server sind so scheiße synchronisiert hier ich fahr mit 90 kommen nicht in euch her ja ich bin mal runter auf 60 ich gehe runter auf 60 ja das ist aber erst seit kurzer zeit das ist früher gegen das hier alles das hat alles angefangen mit dem 147 update ab da ging es nur scheiße ja die 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 sind nur am bauen hier dann dann wird sie mir schlimmer ja ich bin jetzt auch mini ruckler rein ich bin jetzt Ich habe gesagt wir fahren jetzt 64 gerade ne ja ich bin jetzt raus wieso bremst der ab denn Es kann sein, dass es jetzt rückstaut, weil wir hier so schleichen. Ja, gerade der Strecke bremst er ab hier, obwohl ich hier 90 gelockt habe. Na ja, kommen sie ran, können sie mitmeckern, das ist hier Programm heute. Ja, da haben sie verpackt, bin hier echt. Jetzt bleibt sie wieder auf 90. Oh, schon wird er ein Schreck, Alter, vor mir ein LKW auf einmal da und dann wird er weg. Geil. Ja, ich sag dir, das sind die... Geil, du backst wieder? Ich backe wieder, ja genau. Bei dem Spiel werde ich nicht alt. Nee, also ich glaube, das lassen wir bei der Eintour heute, das hat keinen Sinn. Jetzt muss ich mir nicht antun. Machst du das Brot, die Brötchen? Weg. Ich hab vorhin mal geguckt, also die Pingzahlen von uns sind alle okay, also daran liegt's nicht. An meinem PC kann es auch nicht liegen. Ja. Das sind die Surfer von Däne. Ja, wie gesagt, ich hab 90 gelockt, der geht mir an die Geschwindigkeit runter. Da schon wird ein LKW vor mir gespannt. Und der Bus links, aber, Alter. Mal gucken, ich hoffe, dass es morgen bei Arte jetzt nicht so schlimm wird. Nein, der ist anders. Arte jetzt besser. Na ja, mal gucken. Wie gesagt, wir dümpeln hier mit 60. Na ja, ATS ist auch nicht viel besser. Äh, kommt noch an, wo du gerade bist. Das Programm ist neuer, die das besser. Was ich festgestellt habe bei ATS, wenn du dich ein bisschen dran hältst an den Geschwindigkeiten und nicht schneller bist wie die KIs, dann geht's. Sobald du schneller bist, passiert nur Scheiße. Ja. Also ich bin aufgeschlossen. Ja, wir rollen gerade mit 70. Hm. Weil wenn ich 90 fahre, dann müsst ihr wahrscheinlich 130 fahren oder so, ne? Das ist jetzt echt zum Schießen. Mode Station. So, wo dürfen wir da durch? Mann, fahr doch da vorne. Oh Karl, das war knapp. Ja, weil wir fahren eben auch. Ne, ne. Ich hab die falsche Einfahrt genommen. Achtung, falsche Einfahrt. Ich nähern wir auch was drauf rauscht. Guckst du nicht durch an die, oder was? Doch, jetzt. Warum hat der jetzt so lange gedauert? Hä, nicht fragen. Nicht fragen. Äh, wir warten mal bis die anderen jetzt da sind. Gucken. Ja. Ja. Oh, Sakuta, das war ein Traffer. Jo. Ja. 7. Ich will hier übersuchten Schlagstreifen drauf. Irgendwie bremst meine Bremse hier nicht. Was haben die denn schon wieder für eine Scheiße gemacht, alter? Ja. Ja. Ja, neuerdings auch. Du musst jeden LKW neu einstellen. Ah, furchtbar. Das hatte ich so schön und jetzt wird er so scheiße. Ja, da hast du deine Performance drin gehabt. Ach, Motorfehlfunktion auch noch. 23% Schaden an der Maschine. Ich stimme den Vortan, weil sonst... Ja, ich lese gerade. Ich weiß nicht mehr, warum ich... Sind wir nicht alle da? Ja. Sind wir nicht alle da? Doch, sind wir. Ich habe 23% Maschine, 14% Trailer. Oha. Oha. Ja, ich weiß nicht wieso. Stärke der Bremsen. Voll looten. Also. Ist ja der Wahnsinn hier. Ja, Krall, wir fahren ja auch noch mal rein mit Mods, ohne da nicht so viel Schaden. Gibt es noch mal? Ja, das kann man... Oh. Sorry. Mit Mods sagt er, dass du nicht so viel Schaden nimmst. Also mit Mods. So, 75 hinter an. Mod, ich habe da in einem Mod, habe ich den Schaden runtergeschraubt. Okay. Schraube. Wir könnten ja in der nächsten Stadt, die eine Reparaturwerkstatt auf der Strecke oder in der Niederstrecke hat dort mal helfen. Das wäre sehr sinnvoll. Ja, das sehe ich auch so für euch. Ja, gut. Ich kann den Tränen und die Tränen reparieren. Das ist ja ein Cleaner. Ja, aber du kannst dann die Maschine an, weil jemand ja jetzt schon einen Motorschaden hat. Richtig. Ja. 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 Ich glaube ich. Ich bin mal ein bisschen auf die Linke. Ach man, die Leute können sich da keine Auro fahren. Ja. Da war ja ein Hütchen gewesen. Das haben wir dreimal gesagt. Ja. Wer dreimal nicht zuhört. Ich war gerade mit der Farm beschäftigt. Mhm. Du hast auch noch 1.800 Kilometer vor dir also. 3.000. 1.800 bei mir. Muss erst mal an der Baustelle stehen bleiben. Foto machen. Wieso ist das jetzt so? Ne, weil 1.800. 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 2.800. 1.800. 2.800. indicated orange Receiver 6. 2.800. 1.800. 2.800. 2.800. 4.500. 5.800. Da kommt eine Tankstelle. Ich guck mal auf der Karte. Willst du tanken oder was? ich will das wissen wo wir runterfahren können werkstatt aber ich kann jetzt nicht sehen also es dauert noch eine ganze weile ich habe die die werkstätten nicht angeschrieben aufgemacht jetzt ist es mir sehr sehr gefährlich also ich weiß nicht wieso der sich hier meine 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 ich habe 90 gelockt und er fällt mir als wunder hier hast du einen automatischen retarder an wollte ich probieren lassen müssen wir jetzt hier raus wahrscheinlich war ja rechtsunter rechtsunter da hast du deine antwort der automatische retarder geht an sobald in der kurze steigung hast oder senkung und das ist bei mir genau das gleiche aber da geht ja da geht beim automatischen retarder der dem automatisch aus die schausse du gehst halt runter wo müssen wir dann links oder rechts rum kannst du auch noch die differenz einstellen ja habe ich ja ich muss mal kurz halten und gucken wo wir jetzt hin müssen hast du eben die zwei autos da bis sie in die mitte auf der kasse gestanden haben oder ich höre ja bei einer auf dem zucker da drauf gefahren hier da also heute ist es nicht so besonders gut wir müssen nach dijon in die werkstatt weil hier ist keine also alle man da runter ja im prinzip müssen wir jetzt drehen und dann dreh nur wieder auf der autobahn warte mal ja ich habe es gerade bei mir reingelegt ja dann fahren wir einfach dir nach ja ja also ziel ist jetzt die jean das ist nicht die jean es ist die jean johann ich glaube die referenz kennt keiner amerika gibt es einen pizza pizza label der heißt johann sakuta darf ich mal frau wie alt du bist 19 also alles zu der kohle sie mit im stream mit dem kunden des koppel gesammt der zweite war es von ganz rechts ja nicht ganz rechts der zweite von ganz rechts weil ganz rechts ist geschlossen ganz rechts geschlossen ist einer von euch irgendwo ein wasserleck ich laufe von hause aus aus zählt das auch also bei mir recht ist keine spur die hose zu nein natürlich nackedeilig das wäre es ja nur noch wobei letztes wäre es mir beinahe passiert in der kurve mit einem doppel anhänger überholen das in die spur reinschneiden und permanent auf der falschen spur fahren das ist sakura also hast du gehört wir fahren die normal ja ja ewigkeiten her aber ich war schon da ja die wehrmacht auch weißt du was ich nicht gewusst habe was du hast du ich wurde einmal in frankreich angehalten ich habe ja noch probezeit auf dem führerschein ja und bin mit 100 gefahren und in dem teil in paris wo ich war haben sie gesagt ja fahranfänger dürfen hier nur 90 fahren ja das hat gesagt so ja da haben die dann gesagt so ja fahranfänger dürfen 90 war ich so ja eure fahranfänger ich bin habe deutsche führerschein das zählt auch für deutsch ist okay interessant und weil soll ich wissen wo ich 90 fahren darf und wo ja das müssen sie nachgucken online so ich lecke ich mache ich nicht aber den franzosen aufpassen die sind ganz gefährlich ja also was so polizei angeht und gerade auch lkw ist mäßig ja 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 die sind radikal sind die ja die fangeln das ist mit dem auto passiert das habe ich gerammt bei mir erst jetzt ein 50 gemacht wir müssen nach du johol und frühstücken der einzige der hier franzosenwitze machen darf das bin ich ich darf auch von so nein darf sie nicht machen ich habe 30 jahre lang gedient ein teil meiner familie kommt aus frankreich ich darf das auch nein heute nicht höchst illegal jetzt sind wir hier an zu regeln wir haben unser ziel erreicht bei mir regnet es immer noch nicht das wetter wird dunkel stehen bleiben ich habe vorfahrt danke wenn du ein bisschen fährst da stubs ich weg ich darf stubsen ich bin alt genug dafür aber wenn man versinkt ja 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 ich stand schon rudelbums im altersheim so hier links ist die webstation ich fahr dann hier nicht zur querstraße rein und warte da ich so eben schon mal reparieren auch wenn ich nur vier prozent habe aber trotzdem ja das mache ich auch weil ich durch die anbekommen uns aber faszinierend wie viel wirklich unterschiedliche reifen ausmachen ja ja der größte ist so fahrschaden jetzt bei mir so jetzt bei mir anzuregen die medikamente interessant dass sie hier haben obwohl die ampel können später kommen wenn sie ausgeschaltet ich bin hinter dir der tor der liebes der liebesgott das mal einer werden ja ich habe noch mein skin oder was die kleine glatz rüber da drüben aber du kannst mir ein bild von dir schicken für meine mama warum weil die naturkatastrophen sammelt die ganze gemein stream fotografier jungs bisschen spaß muss ja sein deine mutter wenn dann machen wir alle mit das ist eine gruppe 19 kindern finden mobbing da steht nämlich wohnmobil aber der motor jetzt nicht persönlich aber wenn deine mutter katastrophen sammelt als was willst du denn dann eigentlich als weltuntergang oder ich war leider keine du bist dann das sonnenscheinchen der sonnensturm muss man ja mal darüber geredet haben ich stehe hier mit der kreuzung recht ich war extra ein bisschen auf die seite dass er verkehrt durch ich habe es immer eigentlich so haben wir repariert können aber ich bin fertig ich glaube es sind alle da ja wir haben im camping war ja jetzt hast du zum steh gebracht toll aber nicht nur in neun kilometern das übrigens wechseln und war wie soweit zufrieden macht spaß das wollte ich ja gerade fragen ja aber aber spielt jetzt ja wir warten von auf der autobahn vor ich habe die ammeln schaltet nicht mehr vor wie muss dann über wie vorbei obwohl ich kann eigentlich hier vorbeifahren ja ich kann dich ja gleich immer auf der autobahn überholen genau du darfst was machst du da vorne ich warte dass es grün wird ja ich stand so weit vorne ich hab's nicht richtig gesehen nach zehn uhr brauchst in marseille auch nicht mehr auf die straße gehen außer du hast viel geld ja genau die sammer solchen gleich für den tempo machen 80 90 wenn das was da steht du also was machst du denn da du schiebst das wohnmobil weg der hat gebremst es angefahren gebremst hat mich voll gerammt der dreckarsch holländer hundertprozentig kreis kommt ich komm ja wieder nicht nach hier doch klingt ja falsch weil die meisten holländer auf der autobahn nicht fahren wie die gesenktes auch also ich muss ganz ehrlich sagen als wir letztens hier von berlin runter gefahren sind nach bavue waren die einzigen die halbwegs vernünftig gefahren sind bis auf zwei niederländer der rest war einfach nur im kotzen ich hatte mal auf der autobahn niederländer der ist mir permanent hinterher gefahren ich meine es war 130 ich bin 140 gefahren und der ist mir permanent wirklich am arsch geklebt wenn ich gebremst hab hat er gebremst wenn ich mich nicht gefahren weil er halt wusste so ich habe den einen blitzer gesehen und habe da langsamer gemacht vor dem blitzer war verweiter ja verstanden wo ist tt ist links tt ist links und am schlimmsten von er habe ja schon erzählt das waren die beiden seitenschreifen hoppser da die dann noch nach strass gemacht haben weil sie die anderen die da in der spur stand sich aufgeregt haben die können von glück reden dass wakula und ich auf der anderen seite standen er stand an der schranke und dann war er weg dann ist er gerade rausgeflogen er steht jetzt rechts ach du scheiße hat sich jetzt auch erwischt ja ich habe mich gleich da ich hatte die falsche ausfahrt genau okay ich schreibe ging nicht hoch ich wollte mich dann sporen geht eine rauchen ihr könnt ja wir machen kurze pause ja wir haben noch zeit jungs uns jetzt noch keiner außer die fracht ja der ziel ist das weg erwartet dienstag 20 uhr 40 wir kommen an samstag was ich habe noch gummibärchen eingeregt eine blüte darf ich heute noch veressen die andere zum morgen die anderen zwei jahren haben doch 97 stunden zeit genau das war von beiden auch so lustig ich stehe da so vor dem gummibärchen regal man guckt mich da so um und so eine junge frau so ein mann guckt mich die ganze zeit so schäl an ich wollte noch fragen also was schürt sich daran dass ich deswegen gummibärchen hier gucke oder so weil ich bin mir da und ich baue weiter aber jungs kann ich schon sagen bleibt bei der 1 uhr heute ich tue mir das nachher nicht normal an oder mit seiner rote das ist mir zu stressig wir sind ja morgen wieder unterwegs aber das ist mir hier zu zu viel wuseln mal 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 so nett und warte so lange bis ich aufblicke wieso blinken man merkt dass sie sich schon länger kennen haben wir gerade über die reden das spieler gehört da soll ich sogar gerade mein lkw ab ja natürlich du frotz rotes autobus natürlich jetzt einscheren ich hasse sie wir schalten uns jetzt mal auf die kann auch zu den polizeikanal und beleidigen ein bisschen jetzt haben wir mal bei der bundeswehr gemacht mit unserem funkgerät auch mal die sauer verständlich ein bisschen das ist ja warum lassen die uns auch um den funklehrgang alleine mit und von geräten das ist auch selber schuld das tun wir uns in den kopf hast ja auch immer auch jetzt haben wir mal vorher schon gemacht das macht nix ich habe auch während des einsatz mit dem rx operator schacht gespielt hätten wir kurz sagt sein doch wie es ist hier kannst du deutsch reden kaki da muss aber einen löffel mitnehmen für die dicken brocken wenn wir schon eklig sind machen was richtig ja ja ich habe mir damals bei der marina mal gemacht da haben wir diese konstruktion genommen und haben da erst mal rein gemacht und ein löffel mitgenommen und kollege dann aber der kamera hat dann mitgelaufen und das war einer kreide weil der kam uns dann gegen da hat dann der kollege ja der kollege hat dann rein gerufen hat und dann hat mich gefragt ob ich ein löffel habe da hat er angefangen und dann weiß ich wie schnell der auftritt war klassiker kenne ich wenn sowas während seiner dienzeit nicht gemacht hat er hat nicht gedient ich weiß das weiß auch richtig gut wir sind der retarder geht an du bremst runter das ist mein retarder ist überhaupt nicht an also irgendwas bremst bei dir vermutlich hat er dieses automatische break system an ja es ist nichts vor mir dann würde ich erkenne die straße als kindernis ja dann müssen sie wieder irgendwie drin rumgefriert habe hier doch normalerweise ist das wunderbar das ist ein system aber im moment wenn nichts vor mir ist da kann braucht er nicht unterzubringen also einer der geilsten muss war in shiloh in kanada die wir mit 40 mann in den supermarkt da reingeladen sind und den leer gekauft haben im gleichschritt wohl gemerkt ja und dann alle an der kasse also die an der kasse die waren erwöhnt durch der ist ja der militär übungsplatz wir haben doch alle aufgeschlossen sind alle da selbst ich bin da so fabian ich mache auch nicht wenn du ein sternen kannst was sagt er ich höre die nicht also das ist alles guck ihr macht nicht wenn du ein sternen kannst also die kreise natürlich super ja eben deswegen habe ich auch keinen bock mehr auf eine andere kultur weil sonst bei sich die gleiche an mein lenkrad mit den weise an ich weiß ich sehe es meinst du lebe mir wird das wieder so eine sonderintelligenz ich habe noch mal bitte fernlicht aus denn schon keine ruhe warum passiert nein was ist denn da da war ein wuppere das beste wird sein wenn wir hier fest sitzen die irgendwie sollte komplett erworben können wir erzählen was er will macht aber trotzdem Spaß macht Spaß nur mit hauten auf ein Fleck das ist die fünf Geräusche an aber sie haben die Mautstechung minimiert finde ich das war mal schlimmer mit der weiße Auto die weißen wissen echt nicht was sie machen sollen ja du hast auch die die an oder was die Kontrolle da die die Abstandskontrolle Abstandskontrolle nicht nur halt den automatischen Metador und der bremst bei mir eben permanent ab naja ne also meine meine springt nicht an das war so hast du Schaden bekommen ich bin ich habe ja gepackt dran vorbeizukommen ja bei mir hast du mich gleich geküsst aber ich habe kein Schaden bekommen ich habe ich gerade gemerkt ich habe manchmal vorbei richtig also ich habe jetzt gesehen dass ich gestritten habe mit dem Bissen hat es gewackelt aber ein bisschen ja du hast du hast das still auf die Bremse gestanden hier ja weil vor mir TTV war ja komm kannst du nicht fahren weil Sakura hat ihn überholt in der Kurve und gestritten mit seinem Doppelanhänger ja ja wir mussten ja im Kontrolle mit dem Doppelanhänger fahren Sakura schicken wir nochmal zur Fahrschule ja das unbedingt hier und zur MBO ich habe einen anderen auf die Gates drauf ja hast du eigentlich real life einen Führerschein Sakura wie bitte hast du real life einen Führerschein nein gut muss ich mal mit dem BKA reden dass es so bleibt das ist genauso wenn man Kakeness mit dem Doppelanhänger fährt ne was hat Kakeness kennst du nicht ne ich habe PS die Reise für mich vorbei musst du mal fahren Kakeness Kakeness ist geil aber du könntest mir hier nicht fahren du brauchst du Pro-Motor oder brauchst du oder TMP denn das ist die habe ich nicht ja gut TMP kannst du so du brauchst keine TMPs ja das sind Rotz aber jetzt los warum nicht ich habe nur Schweden, Norwegen und so ein ja ne äh TMP ist ja kein SCS ne 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 dann benutzt du die Assets zum Teil Wurzt du mir vorbei Mac? nein ich musste bloß ausweichen weil ich die sonst unten reingebrettert wäre naja da wurde ja welcher Einfahrt gestanden gereicht ich weiß ich habe es gesehen wenn alles mögliche aber blind zum Glück noch nicht echt? ich arbeite aber an dem Projekt ja hast du keinen Mountpass Fabian? was? ob du keinen Mountpass hast äh doch aber ich habe das wahrscheinlich nicht gesehen weil eigentlich sind die Augen immer gelb geschildert oder nicht? sind sie doch da steht doch das waren über den und auf der Barmann und auf der Barmann ich habe gerade extra darauf geachtet und ich habe nur gesehen dass sie alle gesperrt waren außer die beiden wo ich jetzt durchgefahren bin dann habe ich das übersehen weil ich bin vorhin auch an der Dings ausgefahren aber da ging die Schranke nicht hoch ja die war gesperrt die war gesperrt deswegen wollte ich es nicht wieder bis gehen das Rode heißt gesperrt was da oben ist ok ne bei der einen da waren extra also die war gesperrt die wir wirklich haben die Dingsgabe des Wunder das heißt gesperrt ne das nicht das hätten sie anders als Fabian markieren können ein bisschen ja aber das ist Frankreich generell ein bisschen scheiße mhm in Deutschland hast du zumindest hier schnell maut boop ich glaube wir haben den Sakura gerade vertreten echt? das tut mir leid wie hast du das gemacht? keine Ahnung ich bin wahrscheinlich wieder zu höflich da stand ihr eben rechts an der Ausfahrt da keine Ahnung ja eben ja ja das ist eben rechts raus er dachte er ist ja eh fertig wenn ich das richtig gehört hab hm keine Ahnung ist der nicht die Bauern im Discard-Tram? ne die Bara eben ist gerade raus ja oh ich glaub der mag mit uns alten Männer nicht wahr oder meine Frage war zu unhöflich ich bin da mal raus weil ich hab das DLC mit gute Fahrt hab euch jo danke wir hören uns gewinnen so er kann nicht nach Spanien rein fahren ach deswegen ja deswegen ja irgendwo was von Wieser, Fanta, Faxar oder wie heißt das? was ist denn Fanta? also wir fahren nach Malaga jetzt vor Fantasy schön schön auch und dann sind wir da oh ja it's cool man hundert Kilometer noch dann wieder wechsel jup aber hier ist man jetzt ganz ruhig ich müsste gleich auch mal tanken ja ich auch ja der nächste Mekater da tanke oder so genau ich hab grad immer ein Tankstück vorbeigefahren ja ich fahr dann die nächste raus wenn ich andere sehe mhm wirst du Musik? ja ah ich höre immer Musik bei mir läuft auch ganz leise ja dann will ich auch mal meinen Miami Bass wieder rin hauen hier ja wenn du mein Streamer machst hörst du die Musik mit na ne ne lass mal ich höre was anderes ja bei mir läuft ganz leise aus Spotify das heißt leise relativ leise halt im Hintergrund Spotify weil das kann ich übers Handy steuern da muss ich nicht raus tappen dafür ja ich muss auch nicht raus tappen jetzt hören wir erstmal Ghost Rider in the Sky ok ok kannst du kein Steam Deck nehmen? nö ich studiere über Tragi wenn eins hättest kannst du auf Spotify auch damit steuern ja ja aber so kann ich auch mit dem Handy drauf ja alles gut als Steam Deck brauche ich nicht so viel bin ich nicht unterwegs dass es sich wirklich ich studiere über Tragi über Tragi über das Tragi App muss ich hören das steuerschäbe auf link aber da gibt es die Musik nicht die ich hören was hörst du denn so gibt es die Musik die ich aged or 3 Judith nö gibt's nicht du kannst du kannst ja mal alle lieder unterladen habe ich auch keine lust auf nee was ich höre ist halt meistens trap, rap, funk und edm bass so was in der richtung ich habe einmal ein funk lied auf big fm gehört aber ansonsten da habe ich noch nie eins davon im radio gehört da sind dann wieder so nischen wahrscheinlich ja man kann ja gerne mal auf auf discord später ein lieb was ich mag mal rein posten herrscht eigentlich in frankreich rechtswahrgebot oder spanien eigentlich nicht wer will einen bananenlampfer karl was will der mit mir mich nerven ich fahr hier 90 zwei linken sind die schnelldinger das brananen ja tempo 30 dann gelbfarbig machen sollen oder so aber nicht rot dann denkt man immer noch das ist gesperrt feuerwehrauto ja die sperrpfalte sind hier oben hoch auf dem gelben wagen bin doch bei was willst du hier vorne kommt eine tanke ich fahr da raus ja alles klar rechts halten so umstehendlich hin aus aber es ist ein scheiß blaues auto neben mir gleich und da kommt es eine die verarschen einem ohne jetzt fährt er wieder vor mir doch jetzt sieht das links raus und überholt dich links ich sehe die ganze zeit was du da vorne treibst oder wir jetzt fängt er wieder an zu bremsen du bist falsch gefahren für die tanke das können die franzosen da sind so experten drin das war schon immer so die schlimmsten sind die deutschen was ich cool finden sind die riesigen schilder auf der autobahn ja schon deutlich ausgeschildert nur es gibt zu viele schilder das ist das problem viele verschiedene ja ja es gibt ja jetzt auch wieder drei neue ab nächsten monat soweit ich weiß ja extra für die ukraine eins davon ist extra für ausländer weil die viele fahrregeln von uns ich kenne weiß ich habe die werte aus hat genommen ich war auch ich bleibe jetzt stehen da kommen jetzt zieht dich ganz schön lkw und der random lp zu lkw der hier steht barbie vorsichtig kommen die entgegen ja machen wir hier eine zerrattenpause oder was ja natürlich ich muss eh mal kurz den schokobus wegbringen dann muss ich mal probieren wie man gehen genau zehn minuten pause wir haben ja nur die ich muss mal gucken dass ich den voice chat lauter macht dass ich ihn auch verstehe ja das wo ist denn die lautstärke davon gute frage ich glaube ja lkw einstellungen kann man hier muss irgendwo ganz unten sein chat einstellungen da wo audio driver auch steht lautstärke des cb funks manchmal auch voll laut wenn ich ihn jetzt nicht verstehe ich auch ich muss ich mir auch nicht mehr wieder helfen dann hast du zu wie sand von banger noch im ohr ich finde die blauen scheinwerfer beim scania echt noch ein bisschen verboten sind aber es sind doch wenn wir da leute kurze werbepause und dann geht es weiter da wurde ich auch schon mal mit dem vw angehalten so ja ihre getönten frontscheinwerfer und heckscheinwerfer ist und die sind nicht getönt ja dann können sie doch jemanden erzählen wo ich fragen also hier zwei t-t-t-t-t nichts extra eingetragen die in der hüfte in der hüfte wir kriegen die vorhin und sagen weil da keine fobie dran ist es sind auch nicht die scheinwerfer durch die schlitzung sind da müssen die die von hier und manchmal bestätigt dass die scheinwerfer schon schwarz sind weil das led scheinwerfer sind Vous rachen ist ja es ist es ist was es ist unsere die der die 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 Straßenverkehr-Gesetze werden alle von der County geregelt, in der du bist. Die Straßenverkehr ist nicht so gut, aber das ist natürlich nicht. Die Straßenverkehr ist nur eine gewisse Tintung haben, ich glaube 5% oder 10% an der Autos. Du darfst keine Strobe-Lights an deinem Auto haben, aber das ist Standard. In manchen Bundesstaaten ist es dann auch, dass du unterbekommen bist, an der Auto nicht. Manche sagen, es ist einfach besser, aber ich wechse noch. Ja, bei LKM ist es tatsächlich ein Dämmen, neben der Größe und dem Wasser, dass du die Gäste siehst. Ich weiß halt nicht, was hier das bringt, wenn du sie nur mit dem Spiegel siehst, aber... Ich denke, es ist direkt mit der Reflektions-Tape hin und nicht. Wenn du die Gäste von 1500 Metern gar nicht mehr so siehst. Ich bin ein Stück zurück, dass du vorfahren kannst. Wobei, wir wollen ja wechseln. Wenn alle wieder da sind, können wir losfahren. Jetzt fahren wir wenigstens mal, wenn die Sonne aufweht. Wer ist vorne? Mio, übernimmt die Führung jetzt. Guten Hunger, Blackley, guten Tag! Ich fahre hinter Andy. Wie geht's dir? Wo ist Karl und wo ist Andy? Die sind wahrscheinlich da gebrauchen. Ich bin da. Achso, ja, vor uns. Hab ich nicht gesehen. Ja, fahre mal, komm. Ich bin auf der anderen Spur, weißt du? Was ist für den Straßenchaos? Was ist ein Kreisverkehr? Was ist für ein unnötiger Kreisverkehr? Aha, 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 aha. Geht mehr los. Und die werden nach Kreisverkehr bezahlt hier. Gut, warte ich mal an der Ausfahrt. Oh, I'll be back. Gott, man. Der hat ja auch noch gefehlt. Ja, deswegen warte ich an der Ausfahrt. Das ist allmöglich alle davon. So, jetzt habe ich ja erstmal einen Zuckerschock. Wie? Eineinhalb Tüten Gummibärchen intus, das reicht. Ja, das ist aber mehr, äh, bringt's das wie Zucke, ne? Das ist egal. Wieso? Wieso, wachst du? Fabi, was ist? Fabi, was ist? Ja, ich muss doch hinter Andy fahren. Ja, du musst dir jetzt nicht, du kannst auch da stehen bleiben. Du kannst den Schild aber ruhig stehen lassen, ne? Ja, ich stand ja gerade. Ja, der Schild liegt jetzt, und das andere hast du auch. Oh je. Schilder sind für unsere Sammlung, die brauchen wir, die nehmen wir alle mit. Das Rohstoff. Kann man immer schön mit der Schrotflinte. Karchin, was machst du denn du da? Ich rolle. Ja, dann roll sie schneller. Ich weiß. Das sieht aus wie die Startaufstellung vor einer Formel 1, aber wird's auf Rentenalter getrimmt. Ja. Warte, die letzten zwei sind noch nicht da. Ja, ja. Ich hab' gar nicht gewusst, dass er, jetzt kann ja auch die, diese LED-Beleuchtung vorne am Fender hat, der nach hinten blinkt. Mhm. Ich hab' vielleicht mal die Bereifung wechseln, aber sobald er andere Felgen aufklappt, oder so dann. So, Traki ist da. Ich fehlt noch EMC. Ich bin auch da. Ich bin auch da. Der Turmaine. Ja, ja. Run an die Bullete. Am blaues Auto. Da. Autos sind zum Abschluss freigegeben. Wir mögen's nicht. So, Leute, könnt ihr noch mal zu gucken, ne? Bei dem lieben Fabi-KL. Bekalkin 62. Eingucken. Aber. Das klingt unbesitzig. Ja, ich hab' mir grad' ein Onkel gestoßen. Und bei unserem Tor von Traki auch. So, ich hoffe, ich hab' jetzt gehen vergessen. Bei ATS finde ich diese... Da hab' ich mir auch ein DIGALC gekauft, die sagen, dieses Western DIGALC. Ja, ja, ja. Das sieht echt geil aus. Das haben wir so mega gemacht. Ja, hab' ich auch schon cool. Achtung, ich hab' aus Versehen, den Weg gerammt. Hast du denn da hinter mir schon wieder? Granale im Altersheim. Ich hätt' ein bisschen Vorsicht, weil... Ja, ja, ich lass' die mir von nahe... Sag doch mal eine. Im nahe hinter mir fahren, weil auch Retarder geht manchmal an. Da muss ich relativ schnell reagieren. David. Was kam da jetzt für ein DLC am 1. Oklahoma? Oklahoma kommt jetzt, genau. Und dann kommt da noch eins, das ist da auch schon am Start. Ja. Ja. Hängt auch mit O an. Ohio? Ne, Ohio gibt's schon. Und? Ja, der ist ja... Oregon? Ja, Oregon, glaube ich. Oregon, ja. Oregon, ja. Ja, ich hab' irgendwas gesehen, dass die da irgendwie Las Vegas da erweitert haben, ne? Ja, ja. In Texas haben sie erweitert. Texas, genau. Das wollen wir uns morgen ja alles angucken. Machen wir eine Rundtour durch Texas. So ist der Plan. Ja. Ich glaub' Texas wär' das einzige, oder? Wenn das noch nicht hat, ja. Texas hab' ich. 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 mal hier um die Physik kümmern. Wär viel besser. Ja, ja. Hätte man auch hinschreiben können. Was? Oh, der hilft mir herum, so echt. Ja, ich hab' jetzt hier gerade Argel. Lautstelle? Ja. Links. Schätz' ich mal, weil wir ein bisschen mehr in Frankreich. Ja. Was noch cool ist, ist es in ETS hier das neue Trailerpack von, wie heißen die, ETHON? ETHON? Äh, ja. Wir werden jetzt auch 63 hinschreiben können. Du meinst das mit den Kamel, oder was? Ja, ja. Genau. Ach so, ja. Jetzt hab' ich's verstanden. Ja, ja. Die Kamel-Trailer, die sind ganz geil, aber ich finde, du kannst sie nicht so gut customisen wie die echten. Ja, gut. Da hab' ich keine Ahnung von. Das hab' ich mir noch nicht angeguckt. Was geil ist von denen sind die King-Trailer, von den, äh, wie heißen die, komm ich, ein Schuttlader. Ach. Ja. Ja, 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 ja. Jetzt halt'n cooler mit auch nem relativ coolen Aufkleber drauf. Mhm. Ja, nur bei dem Hut musst du aufpassen, der ist ganz schön Kopflast, hier bin ich schon paar Mal umgekippt. Ja, das tut's doch im Real in dem Tor. Ja, ja, schon klar. Ja. Deswegen fahr' ich am liebsten Hängerzug. Das war klar, dass der jetzt wieder kommen musste aus dem Hintergrund. Ja. 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 in den Säcke. Da fahr' doch vorwisch. Nee. Ich bleib ganz hin. Aber du willst ja nur da hinfahren, damit du im Auge kannst. Nee, da will ich mal in Ruhe ab. Als letztes Jahr hat man jetzt eine Ruhe, da kommen wir die ganzen KIs. Also ich fand die Zeit, wo ich jetzt da hinten war, sehr entspannend, also. Ja, weil ich vorne weggefahren bin, ne? Hm. Das hat die Sache nicht besser gemacht, Karlchen. Darüber brauchst du jetzt ja nicht denken, dass ich die recht gebe. Okay, der Glauben, der vor mir fährt, macht mir der Rechtsdings, Rechtsdings, ne? Und neben mir ist wieder einer, jawoll, und da kommt der LKW raus. Und das macht der extra langsam neben mir und da fährt der LKW raus. Ich hab' schon wieder so'n hässlichen Terrorbus neben mir. Ach nee, Quatsch. Racki, hast du die Bremse gefunden oder das Gaspedal? Nee, Bremse, ich hab' voll. Ich hab' der Pumat, oder? Sowas kennst du schon, ja? Okay. Nee, er begeistert. Mach das hab' ich ja doch gesagt, er sagt... Nee, ich lass' das rollen. Der Pumat noch mit reinnehmen, aber der Pumat ist schon zuraum drunter. Ist so unwirtschaftlich. Und übrigens wegen unserem Termin, da müssen wir uns mal zusammensetzen, wie wir das nun machen. Ich hab's immer noch nicht geschafft, mein Passwort von Discord zurückzusetzen. Mich? Nee, die ne Zeit gehabt. Gut. Wir können das aber auch auf meinem Discord noch machen, das ist auch okay. Achtung, da ist... Ihr guckt dir doch doch mal die an, die Aachen an hier. Ja, gut. Wenn ihr so'n Rappoom dafür eingebaut willst du? Ja, ich weiß. Die beiden, wenn ihr doch mit auf dem Gas stehen, du echt. Wir können dann auch ein bisschen mitzugucken, wenn wir noch... Alter. Scheiß KI. Alter, hier geht's ja wieder lustig los. Mir kurz vor'ner Mautstelle, der... Ein Blauer permanent auf der mittleren Spur gefahren, auf einmal bremst der instant runter auf 60. Wie immer. Und jetzt hier haben wir den Unfall gemacht? Drei Autos? Weiß ich jetzt noch nicht genau, dann muss ich erst mal abwarten. Ja, lass die Zeit ganz ruhig. Wie, mit links halten? Hm. Links und rechts könnt ihr beides nehmen. Ja, ja. Wie hat's ja? Wie hat's ja? Ich weiß noch, das erste Mal, wo ich so'ne Teleschranke gesehen habe, bin ich mit 40 gefahren. Und was ist passiert? Ich bin mit voller Möhre da rein gebrattert. Oh, hab ich mich geärgert. Bis mir dann mal einer sagte, 30, ne? Ja. Bei mir ist er hochgegangen, gleich wieder zu. Mhm. Ja, so mit 35, 36 kommst du auch noch gut durch. Ja. Wer ist? Nachdem ich mir neuen Trucker kauft habe, war mir das auch klar. Also 65 ist zu viel. Mhm. Mhm. Und Fabi, weil du sagtest ja vorhin so Simulationsspiele. Wie sieht das jetzt aus, zum Beispiel bei Schiffspielen so Simulationen? Ist das was für dich? Ja, kommt drauf an. Das einzige was ich jetzt zum Beispiel habe, ist dieses Fishing Nordatlantik. Mhm. Das ist auch sehr schön. Es ist nicht schlecht, aber es wird irgendwie nach einer Zeit schnell langweilig. Ja. Die Schiffe sehen sehr komisch aus, finde ich. Mhm. Da hast du ja nicht mal ungerollt. Oh, 50. Nee, äh, und zwar frage ich wegen Wolfpack. Vielleicht wäre das ja interessant für dich. Achso, was ihr da immer am zocken seid mit dir. Nee, das ist was anderes. Das haben wir noch nicht gezockt. Multiplayer-mäßig. Okay. Was wir spielen, das ist Sea of Tees. Und... Oder World of Warship. Genau. Ja, genau. World of Warship. Nee, nee. Kommt das raus, oder ist das schnell? Das ist schon draußen. Das ist aber noch in der Entwicklung. So, die Ex. Aber... Ja, ist aber kurz vorm Ende. Ja, da muss ich mir mal angucken. Das ist der U-Boot-Krieg im Zweiten Weltkrieg. Du bist mit vier Mann Besatzung in einem U-Boot. Und es gibt insgesamt sechs U-Boote, die du bemanen kannst, wenn du genug Leute hast. Und dann kannst du eben auf Einfahrt gehen, ne? Mhm. Es regnet. Aber das ist was für Leute, die da wirklich Bock drauf haben, weil sonst bringt das nichts. Ja, ich hab ja auch so ein U-Boot-Spiel, das hast du letztens auch gezockt, dieses U-Boot. U-Boot? Ja, genau. Mhm. Das ist auch nicht schlecht. Ja, das ist super. Ach, ja. Dann würde ich die ganze bei E-Sklar sie echt. Gerade ist es nur, dass es halt nur Singleplayer ist. Ja. Ja. Das ist ja wie bei Destroyer-Command hier, U-Boot-Hunter, ne? Ja. Das ist auch Singleplayer. Ja. Wobei das steht, Achtung, Mautstechen. Ach, das ist für mich der Alter, wie viele Mautstechen haben sie wieder? Mhm. Wir sind kurz vor der spanischen Grenze, das ist normal. Wir sind doch eigentlich schon in Spanien. Ach, wir sind schon, also. Ja, da vorne war ein Schild der Spanier. Okay, wo ist hier die Mautstechen? Rechts? Links? Rechts? Okay, meinst du? Also, mir wurde letztens was anderes erzählt, Aimi. Aber gut. Muss ich dann nochmal lesen. Ach, ich sehe eben verschiedene Mautstations hier. Ah, ja. Oder auch sehr empfehlenswert für Multiplayer. Carrier Command 2. Ja? Ich liebe dieses Spiel. Brauch's aber auch Zeit und Geduld. Ist das mehr so so ein Strategiespiel? Äh, Carrier Command? Nein. Also, ja, Strategie im Sinne schon. Aber du hast im Prinzip einen amphibischen Flugzeugträger, also Landedeckträger. Und deine Aufgabe ist es, Inseln zu erobern. Und auf denen sind jeweils Ressourcen. Wie Raketen, Munition, Treibstoff, Schiffe. Ist das so ähnlich gemacht wie Commandos? Nein. Nein, nein, nein. Kannst du mit eigentlich nicht so richtig vergleichen, weil... Du kannst jede Station bemannen. Du kannst die Fahrzeuge selber steuern. Ne? Also... Ich bin ja nicht offline. Der hat mich ja schon wieder rausgeschmissen, oder echt? NKW war anders, MacMutter. Wie war was? Entschuldigung. NKW, du haben wolltest für NKW Lackierung. Äh, so lila wie meiner jetzt ist? Für den Penta-Bild. 386, glaube ich, muss ich erinnern. Mal gucken. Mit nem kleinen Stier drauf. Wie der Welt. Ich denk, du wolltest die lila Kuh. Darf ich nicht. Genau das gleiche jetzt für meinen Volvo. Volvo, äh, ja. Die Scania geht genauso. Ne, Tor. Jetzt mal im Ernst. Ich kann da wirklich Ärger kriegen, ne? Ach, ne. Zu viele, die ich auch in der Puppe fahre. Wann hatten wir eigentlich Zeit? Mein OPS hat mich eben schon wieder rausgeschmissen. Boah, Karlchen, was machst du denn da? Aber ich hab hier gerade... Wenn wir alle im Jury-Light in andere LKWs gesessen haben, dann werden sie auch merken. Der ist ja doch ganz gut. Oder der, oder der. Ja. Ich hab's wieder angeschaltet. Ach, Karlchen, du tust mir leid. Ja. Dann hatten wir eigentlich die Übernahmewechsel gemacht. Wie viele Kilometer. Äh, ich hab jetzt nicht aufgepasst. Sorry. Ja, ja. Wir müssen weit wechseln. Ja, ja. Ja, ja. Dann müsste eigentlich... Äh... Karl. Karl, ja. Nein, der Dings hier, der... Der, der, der... Tor. Tor, genau. Der Dings, der Dings, Junge. Der... Er schreibt ja in meinem Chat auch immer, der... 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 Der Junge. Dann fahr mal. Dann mach mal langsamer, dann fahr ich vor. Alles klar. Machen wir. Dann kannst du auch schneller fahren. Kann ich nicht, wenn ich schon 90 fahre. Schneller geht nicht. Ja, er fährt dann hier diesen... Ach so, der fährt ja W.O.T. Mhm. Wo ist der? Saki, kurze Pause. Wir müssen kurz warten auf Tor. Ja. Ja. Und Tor, ich bin schon andere LKWs gefahren, ne? Ich bin Actros schon gefahren. Ich bin Scania gefahren. Renault. Re-Life, ne? M.A.N. Also, M.A.N. bin ich auch schon gefahren. So, Tor ist vorbei. Re-Life im LKW? Ja, im Re-Life beim Militär. Ja, ja. Aber den LKW, den ich nun mal liebe, meinen HG90, den wirst du hier nicht finden. Ach so, äh, warte, ja. Daimi, sorry. Ich fahr mal kurz rechts rein. Ja, weiß ich, aber... So albern. Weil ein HG90 ist nicht... Daimi, sorry, ich hab dich nicht gesehen. Moin, mein lieber Daimi. Moin. Ja, heute mit Chat lesen ist nicht so, wa? Sehr konzentriert. Ja, tut mir leid, du weißt, wie das ist. Ja. Jetzt werde ich auch schon wieder über Steam zugetextet. Aber ist unser lieber Dufti. So. So, ich bin wieder da. Ja, ich muss so unseren kleinen Millie hier reinholen. So farb, wie du kannst, ne? Ja. Ja, also ich muss ehrlich sagen, äh, es freut mich. Ich geh mal auf 80 runter, damit ihr aufholen könnt. Ja. Mach mal lieber 70, würde ich sagen. Ja. Ja, ist besser, ja. Ach, das kriegen wir da auf der linken Arschbacke durch. Ja. Äh, sagt der so einfach. Klar. Sagt der so einfach und dann auf einmal explodierte er, hui. Ja, das habe ich vorhin schon hingelegt. Das passiert mir nur einmal in der Regel. Alter KI, entscheid dich links, rechts, vorne, hinten. Fahre doch von mir aus. Aber das war wieder so scheiße klar, ne? Die haben hier irgendwas über die Straßen gemacht, hier echt. Ja, ja. Das ist hier, der Abstandshalt, der alles ausschaltet, die, der euch anschaltet, hier. Also, ich habe keine Worm mehr in der Bremsabendur. Dann habe ich aber auch jedes Mal. Deswegen habe ich zwei Tage lang probiert, habe ich es ausgeschaltet. Ja, das haben wir zusammen, Tor ausprobiert. Mit Lutze zusammen. Ich habe es auch ausgeschaltet, aber weil wir ja Bremster trotzdem jedes Mal warten. Das ist hier irgendwie was mit den Straßen hier, ich glaube nicht. Aber, ähm, Neo. Ja, du musst den Abstandswarner da ausschalten und den Bremsassistenten ausschalten. Puh, ich habe kein Bremsassistenten an. Was du dann nochmal gucken kannst, das kann sein, dass bei... Ähm, Speedy, das nur aktiviert ist, der hat auch sowas drinne. Das kann so ein bisschen sein. Das ist ein... Aber hier ist ein Warnblicksystem, was mich genervt hat. Ja, genau. Ach, irgendwas war das. Das waren drei Sachen. Das habe ich ja alles denn an. Ja, Gott sei Dank. Also so. Tankstelle. Ich habe mir nur die Tankstelle und die Bärer an und so. Ich weiß jetzt übrigens auch, warum die Telemetrie nicht ging. Aha, okay. Die musste ja selbstständig nochmal starten. Da ist, wenn du bei... Das Bett wie in den Fahrtdingen drin bist, ne? Ja, okay. Da steht ja drin, American Truck Simulator starten, Autotruck starten und so weiter. Und ganz oben steht Telemetrie starten. Die musste selber nochmal starten. Das macht er bei mir automatisch. Bei mir auch. Bei mir nicht. Du bist wieder mini, du guckst was langsam ab, ne? Bei dir funktioniert auch nichts. Ja, ja. Das ist jetzt zum Beispiel mit meiner Schaltung bei ATS. Keiner weiß, welches Häkchen ich da noch rausnehmen muss, ne? Ja. Mhm. Ich habe ein alten Häkchen. Ja. Und so Häkchen. Der Anhänger ist ja scheiße. Du siehst ja gar nicht, dass ich blinke von hinten. Das geht. Ja nachts, aber tagsüber halt nicht. Ach so. Na doch, eigentlich schon. Ja, siehst du, Millie, das wäre eigentlich eine Idee. Ich bin mir gerade gekommen. Sea of Seas und Carrier Command nächstes Wochenende. Was hetzt denn davon? Ja. Ich muss bloß nochmal in Carrier Command reinschauen, ob sie das jetzt mit dem V-Toy-Ding gefixt haben. Mit dem was? Mit dem, ja, mit dem... Ja, mit dem... Ach so. Mit dem einen Hubschrauber da, der so fliegen kann, weißt du? Weil der hat ja nicht funktioniert mit dem letzten Update. Ach, Hubschrauber können fliege ich auch. Mhm. Was ist denn jetzt alle? Also fliege ich eine Hubschraube. Aber nicht das fliegende Auge. Das ist wieder was anderes. Boah, lassen wir gerade auf der Seite warten, bis sie alle aufgeschossen haben. Oh, mir geht. Wir sind doch all da. Zieh durch. Zirkt niemanden. Ich bin hier schlusslich wie immer und ich sehe euch noch. Wie war das immer auf die kleinen Dicken und dann rollen sie so schnell, ne? Ja, genau. Da ist ja schon wieder ein Dingspunkt. Nee, wie gesagt, war nur eine Idee. C of T ist auf jeden Fall. Carrier Command war jetzt nur so am Rande. Ja, Carrier Command muss halt gucken. War zu zweit? Doch, es geht. Ich habe es auch alleine schon gespielt und geschafft. Ja. Oder hatte ich auch einen Kaffee-Flash. Ja, war so. Oder kannst du... Du hast jetzt mit den neuen Schiffen, die du da drin hast, kommst du gar nicht mehr alleine. Klar, brauchst du ja nicht anfangen. Mhm. Weil der greift auch deine Nachschubwege dann an. Ja. Irgendjemand, also das ist Fabian. Ja. Er kann nicht an weißen LKW... Ah, hinten ist Mac, okay, sind alle wieder da. Ja, ja, ja. Ja, nicht ganz. Ja, unser Kleiner fehlt. Ja, und wie gesagt, bei Wolfpack ist eben halt die Geschichte, man muss sich wirklich einspielen, ne. Weil da muss dann die Befehlshierarchie wirklich eingehalten werden. Ja. Und damit kommt dann nicht jeder klar. Ich bin dann so ein Typ, wenn ich dann sowas kommandiere oder jemand anders, ne, dann hat das Hand und Fuß, ne. Dann, wenn ich sage, abtauchen, meine ich auch abtauchen und nicht fünf Minuten mit mir diskutieren. Warum ist das so? Habe ich alles schon erlebt, deswegen, ne. Aber eben nichts ein bisschen. Ja, kannst du dann die Sachen bei Wolfpack alleine stellen? Also hat jeder sein eigenes U-Boot? Äh, kannst du. Du kannst, also pro U-Boot sind vier Leute. Okay. Angefangen vom Kommandanten, 1WO, NO, Funker. Was war das vierte? Boah, weiß ich das ja nicht. Trittste? Keine Ahnung. Kann sein, ja. An den Steuer, äh, Steuer, Dingsbums. Steuermann und der Funker, ja. Aber das ist wirklich noch nach dem Anfang, also nicht mal die Hälfte durch. Dann hat er mir Scheiße erzählt. Ja, ja, weil auf Steam hast du ja diese Roadmap. Und da sind gerade zwei von neun Sachen abgehakt. Okay. Da fehlt immer noch das komplette U-Boot. Den Töde hier, weißt du? Ja, 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 ja. Okay, dann hat er mich verarscht. Da muss ich mal mit jemandem ein ernstes Wort reden. Hier ist ein, ein Triller auf einmal aufgeploppt hier. Du hast den überholt und hast den voll getroffen. Herrlich. Nee, da war gerade ein Triller, der ist doch reingespochen. Ich weiß nicht, wo der herkam. Der war ein Neberti, du hast den überholt. Du hast den überholt. Das passiert ab und zu, das ist wirklich so. Das ist uns auch schon auf dennoch so gegangen. Das ist uns auch schon auf dennoch so gegangen. Wir werden hier. Meinst du, das ist ein Aufhörsbüter dabei oder was? Wenn du dabei bist, naja, ist recht, McLean. Nee. Das war jetzt nicht negativ gemeint. Ja. Ich weiß bloß, wie schnell du dich aufregst und nach oben fährst. Und das ist ja nichts Schlimmes, ne? Solange da keiner dabei ist wie der letzte Mal, dann... Boah, hör auf. Nein. Die fliegen so und so instant raus, das weißt du. Keine Änderung weiter. Ich fahre jetzt noch mal ein bisschen 70, damit der Taki und der Karl aufholt. Wie gesagt, es kommt ja immer noch an, wenn zum Beispiel Fabi macht das ja auch. Aber er sagt es ja vorher an, ne? Das ist ja was anderes. Ja, ich habe es jetzt nur gemacht, weil ich zur Werkstatt musste, ne? Ja, ist ja auch völlig. Völlig okay. Los, wir haben das jetzt, also Midi und ich, weil wir fahren ja sehr oft zusammen. Wenn uns das im Konvoi passiert, und meiner ist ja immer offen, ne? Wie wir das sehen, ist einfach auch, ne? Nicht, weil wir jetzt so böse sind, sondern weil sie uns einfach schon oft sie noch weggerammt haben, weißen wir die jetzt mittlerweile gnadenlos raus. Was ja auch richtig ist, was man gemerkt hat. Ja. Jetzt sagt sie mir aufliegerschaden durch. Ich habe keinen Motorschaden, ich habe aufliegerschaden. Das ist aber nicht der Einzelschaden. Und hör auf mir immer so eine Vorlagen zu bringen. Das war klar, dass du los wirst. Deswegen habe ich auch ein Rabe auf dem Kopf. Das lenkt ab. Nebelkrähe. Das ist ein Rabe und eine Krähe. Das ist ein Rabe und eine ist locker, aber hau, oder? Jo. So, Dracke ist gleich da. Jo. Karl, wo bist du? Da. Aufliegerschaden. Ja. Aber ne, und wie weit waren wir jetzt noch gebaggert? Bei 50? Haben wir das schon durch? ich glaube ein bisschen kurz vor 50 46 47 dann kommen wir wieder fröhlich backern wir haben dann noch von fabi unterstützung gekriegt heute früh kurz vor ende und wir haben uns ja noch die eine links maschine gekauft noch nicht gekauft aber wir kaufen sie gleich weil sich das wirklich gut geben sie gas kapitän und ich habe den nächsten damit angesteckt mit dem spiel weil es kann ja weil wir wollen ja warum bremst der lkw weder noch irgendwas ist an selbst der tomate sich an die thunderbolt 61 könnte übrigens sollte auch gerne mal vorbeigucken ich spiele das jetzt auch ich war heute früh auch im stream guter ist hier der der wie nennt man das egal so was ist mit ihm jetzt hier das ist episch also was wir die tage gelacht haben nein der ist von sich auch so langsam gefahren ich war unschuldig ja so ungefähr ich konnte gerade noch ausweichen ich muss alle wenn man mit den bugs klar kommt es ist episch aber man muss auch eine hohe schmerzgrenze haben das muss man einfach sagen man muss auch bereit sein das spiel notfalls um zu cheaten falls du wieder einen bug bekommst und zumindest kommst wie gesagt ich war ja den tag mit den acht millionen so sauer dass ich das löschen musste allein um meine befriedigung genüge zu tun da war ich richtig mission abgeschlossen ne pass auf das war milli hat betoniert mit der spinne kennst du ja das ding und wir haben wahrscheinlicherweise permanent hat das ding schaden gekriegt wegen dem einen fuß da weil die immer so verpacken die fahren sich nicht ein weißt du und bei der abrechnung dann gab es auf einmal dann den großen schlag acht millionen minus was mir heute auch aufgefallen ist ihr den die lkw ist also den den großen da den großen kipper wenn ich im lkw drinnen sitzt der hat sich immer zur seite bewegt ja 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 hatte ich ausstieg dann gibt er auf der position stehen aber sobald ich drinnen sitzt zog der immer weiter ins beladen von dem mutter kippe ist auch so du beläst ihn und er belädt irgendwie direkt vorne rechts als erstes das muss man eben zeit wissen wenn man sich das spiel kauft jetzt habe ich ja versucht zander wollte auch klar zu machen aber er scheinbar war ihm das egal ob es und lacht sich kaputt auch zu sagen bevor er war das vorher war dieser bach auch noch nicht da er ist halt astrag und eventuell ist er glaube ich noch gemietet der mutter kippe man einen anderen mutter kippe probieren ich habe mir auch noch diesen die es jeder muss auch mal schnell das hier diesen diesen frontlader den du mit den armen da ausfahren kannst das was ich meine ja 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 frontlader hat so paletten sogar um dachlagen ja hier zieht da muss ich mal gucken wie ich das mache die fahne hier vorne schon wieder jungs passt auf hier hinten links rechts einfach sagen hoffentlich wird die ganz hinten weil der hat ja ja weil er mir genau wieder in die in die lacht richtig gefahren das was soll ich denn machen überhaupt sind kann ich nicht ich bin nicht mehr so jung wird auch gespielt habe ich auch aber erst auf steam bei mir ja alles gott simulator ja genau und auf den australien quack ja aber ich will viel lieber den space track kann darauf freue ich mich space track simulator hast du richtig gehört besser im weltraum ja ich habe ich mich total drin war guckt wo kann man den 10 steam war ich eben du kannst noch zugriff auf meine wundschlüsse kannst du einfach gucken es ist ein raumschiff oder was du hast ein raum und lieferst eben im weltraum tracht aus mann und hör mal auf die ist ins haus 9 kann ich mir das vorstellen bis fährst du dann einfach durchsummel drum oder aus so ungefähr ja 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 ich habe wahrscheinlich kriegst du doch über kaum gerne sie ja x fracht aufträge muss lieben abliefern kannst auch dein trakt tun also ein schiff dein traum trug zu sich also das wäre ich mir wahrscheinlich erst holen wenn es wirklich nichts mehr anderes zum spielen gibt die 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 muss ich muss ich mal reingucken ich habe das jetzt nicht gefunden an die wenn du so auch solche weltraum spieler stehst hier am 6 september kommt richtig heiße spiel aus dafür ich weiß habe ich schon noch meine liste ich habe es im game pass von xbox drin also sobald es rauskommt ja jetzt gesucht ich auch schon geil aber auch wieder nicht dann habe ich überlegt soll ich mir dieses dass du musst die zeit haben zum gründen ja oder ein paar millionen oder eine frau die lifetime pass hat ja und dann habe ich vor kurzem als diese präsentation von das ist dafür ich glaube ich werde die ersten drei stunden oder mit folgen verbringen im starten meine erste japanische frau die hat er für star citizen gearbeitet in der werbung ich finde es krank dass sie manchmal für für irgendwelche schiffe so 34.000 euro verlangen startfucker hieß das startfucker ja so hießt ich habe nämlich was anderes gesehen und war das nicht schick mir den linken mal von uns ich hatte das aber schon mal oben im allgemeinen bei uns gepostet ne jungs ja ich habe es gerade gesehen das sind ja nur single player das ist ja käse ach ich habe das habe ich noch nicht geguckt scheiße weil da kannst du es auch alleine spielen ja mario mit ihr für spiel ich sowieso nicht mehr ja ich kaufe mir das auch gar nicht ich wusste dass das jetzt kommt wir du ich glaube es war am anfang auch nur single player auf deutsch ganz am anfang ja 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 und dann sind ja ein paar jungs da drauf gekommen dass multiplayer fähig zu machen und haben es dann teuer verkauft an scs ja clever gewesen besorge ich dazu ich bin ja mal gespannt wenn die neue grafik engine rauskommt hier für die zwei spiele was dann abgeht welche spiele der ets und ats ja wie das neue neues ets nee das alte aber mit der neuen grafik engine aber sind sie schon dran und soll nächstes jahr irgendwann mal erscheinen die halte mal irgendwann mal das euro track 3 vorgestellt auf youtube aber dann ist die frau ausnahm für eine grafik hat oder eigentlich gar nicht so weil der der engine der 5 engine läuft so flüssig dass du ja deutlich besser mit der spielzeit mit manchen kann die 30 60 aber dann auch mit fabi schafft das schafft das noch locker die habe ich auch hier bis zu 20 80 ist es eigentlich fast gleich ja ich habe die spiele am laufen mit der karte das juckt die überhaupt gar die engine endet ja nichts direkt an der grafik hatte mehr oder weniger ich hätte gedacht dass man dann halt dass die mehr leistung fordert dann was grafik angeht wenn die engine besser ist vor dass du sogar weniger leistung ja aber halt umso mehr leistung möglich hast umso mehr verlangen sie also mehr können sie ja reinpacken dann also gehe ich mal davon aus dass die leistung ein bisschen steigern wird genau und dann kommt es halt darauf an ob es cpu oder grafikkarten lastig ist so dann haben wir noch 500 kilometer noch was geschafft was unfallfrei jeder mit mir von unreal engine 5 da ist und ich weiß nicht was für ein spiel das war da sind die dann durch den wald gelaufen das sah aus wie echt aber da brauchst du dann schon starken pc dafür die mal verlutscher an teilweise wie die arbeiten allerdings auch du stehst daneben ja bei sowas ist halt wichtig ein starker cpu auf jeden fall und ram wie gesagt weil ich habe mir verlutscher ich war ja in verlutscher damals verlutscher im zweiten gang ich habe gedacht wir geben erst mal um liegt das ist eine live dokumentation was wieder bringen ich habe das nicht erkannt dass das ein feld ist oder das spiel ist war schon krass die letzten 500 kilometer noch mal jemand wechseln müsste eigentlich ja ich denke ob ich hier ohne lkw rum bedürfte gas auch schön er will dann nach vorne wer wäre jetzt eigentlich neo gegen stimme allein aus weiß kann ja genau ich bin der chef die letzte ich bin kein chef wir stimmen jetzt ab ist der mac chef nein er ist mexikaner genau sauer schafsuppe muss man aber rödelst du denn hier rum du schweine priester was machst du denn hier vor mir ja wer wir schleichen vorsicht auf einmal so ich war jetzt tanken und ein auto steht vorsicht ich war jetzt kurz tanken und mit ich habe hier aber rauchen ja das hast du jetzt davon aber hierbei dieses tankpause und ich vergesse daran dass er nicht im disco ist im stream jaja mike was suchst du denn für ein spiel ja ne weil german of the x also chat von buty hat auch gar nicht ach du schreck ja ja genau das ist genauso also ich suche das android gold aber es geht ja kein so keine ahnung wenn die gutes wieder fährt ist das eine serate so das war jetzt meine zweite heute endlich eine alte puttel nackt von hinten an der nudel packt also gut ist das ist ja ja ist klar wo kann ich mich denn dahin stelle am besten auf einen der zwei parkplätze die eingenommen wie sie stehen ja der meck der steht natürlich wieder total schief dann ich bin halt ich darf nicht ich habe euch zwei bilder gemacht dieser scheiß nft tag hinten an meinem stuhl der stuhl hat einen tag hinten dran den du einscannen kannst und dass du weißt dass es auch eine richtige echter stuhl ist nein als 1 wo ich noch gerade stehe es werden nämlich in die kiste legen oder in ofen schieben das gerade genug gerade steht eine kommende dahin luxus stehe ich doch gar nicht auch im zweeparkplätze findet okay eigentlich einer von euren auch noch ls habe ich aber zurzeit keine mutung dieses spiel außer mir nicht so chaotisch ich kriegte da immerhin zur weißglut getrieben ich bin mir nicht sicher ob nächstes jahr auf jeden fall habe ich heute schon ein video gesehen von den ganzen wünschen der anderen okay macht und da habe ich gelesen ls 4 nr was ls 25 und das kam ja zum beispiel ls 19 kam ja im november 2018 raus ls 22 november 21 also wenn das jetzt 25 ist dann müsste es ja eigentlich theoretisch die wirst du wie nachher flashing lights haben wir jetzt auch scheiße gebaut mit der grafik da mussten ja auch wieder einen schritt zurückgehen die wollten auch fünf und dann haben sie irgendwie verkext weil das ist auch ein spiel was wirklich zukunft hat wenn sie es denn mal irgendwann geschissen kriegen das gerade zu bieten weil wo kann sich ein feuer wenn man gerettungssanitäter und polizist sein naja du bist ja nur eine rolle aber du könntest theoretisch eben teil zwischen den drei gruppen ich denke mal das geht dann so in die richtung der rollplay spieler wenn dann so einer unser 1 als ex-soldat auf taucht dann ist der egler wieder los wir tun uns die foto nicht hoch bat schweck ist er sanitäter sanitäter und wie sie seine gesund gepflegt worden wirst du bei der bundeswehr was du kriegst hast ja pflaster kopfschmerzen mit nein du kriegst mobillat das hat alles wächst die neue armen mobillat was da anschmeißen schmieren und mobillat auf ich habe einmal da im krankenhaus gelesen einmal ich kann also eine schlechtes sagen über das bwk in hamburg zum beispiel also wir haben mich wieder gut zusammengenäht vielleicht hat es beim knie da ist bei die kniescheibe rausgesprungen oder ist bei der barine du hast schwimmenflossen anzuhören und willst du mit dem knie ich war bei dem arena ja und ja und ja die zwei ja immer noch schon mal so eine bei der luftwaffe wissen kriegst du war fast nur wir sind klar start engines ufa wie sorry das war ich ach so ja du brauchst das adu vorfall ich mache mal das schluss nicht wahrscheinlich der fabi hat mich aber nie baggert heute da wollte ich das mal zurückgeben die streichen einheiten aber dann hast du mich auch noch geschehen ja du auch du brauchst es ja auch wer bei so einem komischen verein arbeitet wie du hat das erst recht verdient was arbeitest in dem verein wo du da arbeitest aber arbeiten darfst wie auch immer du das nennen mag ich bin bei 80 ich bin bei 80 ich weiß es ist ich habe einfach nur noch ich wusste mich hier wo du gesagt hast bei den verein arbeiten auf an was erinnern jetzt wieder letzte also diese woche den donnerstag waren wir unterwegs den einen gefragt ja können sie mal den raum aufmachen der ne ich mache ihnen den raum nicht auf darf ich nicht muss ich halt wieder ans auto laufen bin ans auto gelaufen stand der vor der tür mehr oder weniger mit dem schlüssel hoch ja was machen sie da in die tür auf die kindlade runtergefallen sie haben die general schützen ja achten unfall vor mir achten ja ich sehe schon hat gelohnt polizei und gelbes tück tück scheiß spanier ey wieder riebo wird gekocht und in der bachow wird schon abgewaschen ja schon klar ja genau die polizei ist von mir gerade durch die leichtplanke durchgefahren ja ja das sah aus wie in einem actionfilm wir nähern uns dem ende das ist klar ich erwarte nichts anderes jetzt fangen sie an in den killermodus reinzufahren ja gta style ja gta style ein bisschen impossible ja auch schön ja kann man auch sagen jetzt fangen sie die lichter von den autos an rot zu leuchten und sie fangen an uns zu jagen ja mit dem bausimulator nochmal butschi ja ja vielleicht hole ich es mir aber was soll ich dann in dem spiel machen bauen aber du stehst ja auch nur da rum ja das ist dann auch dein job du darfst dann auch nur dumm rumstecken genau ich werde euch helfen dumm gucken kann er schon also die erste option hat er schon erfüllt die butschi die butschi ist voll hier wir hatten uns jetzt zumindest bei der baustelle ist es auch möglich dass man einfach sich noch einmal ein papper und einen richtig dass wirklich jeder zwei dinger dafür hat der nächste der nächste der nächste der nächste die leute wir können aber das tut mir ein bisschen leute das tut mir immer so leid ihr habt das spiel und es ist manchmal ist es echt verflixt ja jeder hat das spiel und dann kannst du es nur zu viert spielen ja eben das ist mein das geht nur zu viert da brauch ich es mir auch nicht glauben ja du kannst ja mit lutze zusammen ne der kann das nicht krass der ist der ist ja genauso wie du entweder steht du nur rum oder reist irgendwo tiefe löcher rein die nicht sein müssen mhm und dann stoppt man sowas wie dich da rein oder was ja ja was geht es denn du so auf die hemmen hier vor sorry ich habe mich gerade verdrückt das war jetzt mein fehler ja du weißt doch dass meine füße kein gefühl haben also nicht nur dir aber der rest auch nur die füße nein meine füße sind wirklich taub also karl du wolltest hier jetzt nicht sagen dass der kopp auch taub ist oder ja taube nuss seid ihr beide da reicht ja wenn ihr da seid dann muss ich das nicht machen six feet under ja der das ist eine sehr geile serie ich habe sie geliebt ja so wie schnell fahren wir denn wieder hier vorne 85 locke ich jetzt ne aber jetzt nochmal im ernst es ist bei einigen spielen ist es wirklich echt zum kotzen aber was ist machen ab montag ist auch für ein kopf zu laufen EU was ist offen unser Prozent das heißt uns mein Gott jetzt haben wir noch einen Schluck auf hier so wie Gummibächen gemacht jeder bleibt schon wieder stehen Neo hat einen Minecraft Server für uns aufgemacht mein kampf modpack und das ja welche version brauche ich denn da aus vom ich glaube dann das modpack ist 1.18 5 5 naja das machen wir dann über den Team Neo ja da musstest du bist so Cursed Forge runterladen ja das ist dein trip mein freund hier vorne du fährst doch keine 85 81 fahr ich ja wie wie ich denke 85 schnall doch mal dein 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 Tempomaten richtig ein habe ich doch jetzt ja auf das geht nicht hier gescheitert der drückt als Runde wenn du da so fünfer schritte hast und 85 rein loggst dann fährt er auf 85 und nicht 81 macht er jetzt aber wenn die vor mir noch langsamer rumtübeln hier dann schlafe ich hier ein Achtung ich muss bremsen ja ne wie gesagt das ist das Minecraft Server äh musst du Cursed Forge runterladen mhm ist halt ein Modding tool kannst du auch benutzen für Sachen wie WoW oder sowas ähm ja und ist halt mehr dungeon based ich hab nicht gesehen dass Fabian auch verbrimst zumindest bei mir ja ich komme nicht schneller ja wie gesagt du bist halt am Anfang ist es ganz normal aber so ab ich sag mal ab diamond level kannst du halt anfangen Dungeons zu machen die sukzessive schwerer werden und so weiter mit exploration und das hast du erzählt das weiß ich ja für die anderen also das ist generell geil wird zwar eine whitelist drauf haben dass nicht einfach jeder rein kann ne ist doch besser gesagt und wir werden auch ein bisschen upside spawn sein also ich werde uns einfach random irgendwo hin teleportieren mhm kannst du die Sache jetzt alles mal in Deutsch übersetzen? hehehe ein alt man viel RPG like das versteht ja noch weniger als ob du ihm erzählt dass er gerade Müsli isst äh du baust Sachen du tötest Sachen du sammelst Sachen ein ja das ist doch das spiel da mit dem Menschen mit dem Hammer und so und der sich Sachen baut ne ja das ist das krass das krassen Menschen da da richtig ja genau meine Tochter und die ist 13 ja was spielt hier für Spiele Minecraft spielen auch 40 jährige das ist echt nur jetzt ja da gibt es richtige Welten davon habe ich da suche ich ab und zu mal hier auf 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 Twitch auf auf YouTube mhm die machen das richtig gut also da kannst du wirklich Tage, Wochen, Monate versenken ich hatte einmal eine Hardcore Welt auf einem Server gemacht da hatten wir eine riesige Burganlage gebaut über mehrere tausend Blöcke da haben wir dreieinhalb Jahre haben wir drangehockt um das zu bauen da war mal ein Kerl gewesen der hat einen anderen richtig kaputt gemacht weil der irgendwas verkauft hat was er verkaufen sollte oder sowas und leider die anderen Alkoholen die waren dann halt da und haben den zerstört das war richtig geil mhm ja wahrscheinlich Factions Server das ist ja ne Minecraft geht viel also du kannst halt modded spielen kannst du normal spielen kannst du Sachen bauen kannst du RPG-like irgendwie äh Rollenspiele drauf machen also das ist echt viel was du da machen kannst ja ne der hat was gekauft und hat sie draus gegeben so mhm ach jesus Scammer ne der hat Geld bekommen dann ist er abgehauen in seine Burg da rein ne und dann kam die anderen in der Alkohol und da hat er irgendwas geschrieben der und da ich aber den machen wir kaputt und dann haben sie die Burg abgekauft oder was das war Facki wir kommen ne Butschi? ja da wurde was gefragt? mhm warte mal gleich steht der mit auf der Straße oder was? ne der steht oben ne der steht oben alle oben ne der steht oben ja mach ich ne der steht oben Du arme Teilhut. Ich hab ja so mit Blätten hier. Man hört's. Ja. Guckt ja mich ganz blöd an. Wie ein armes Hundi. Ja, mit seinem blauen und mit seinem braunen auch. Nass, nass. Ja. Wie betrommelte Köder. Du arme schwarz-weiße Hund. Nee, das ist ja weiß-schwarz. Ja, so ein Haus hier ist schon was Feines. Also glaub es, ich möchte es nicht messen. Nee, das musst du mir nicht erzählen. Ach, du freid. Aber da war da, ich musste nicht wieder leiden. Guten leid. Nee, es geht, du kannst es ja. Komm der her. Ja, eben, das hab ich eben gerade auch gefragt. Wie gesagt, ich hab ja jahrelang auch für die Wunde gehabt. Also nacheinander zwei Diensthunde. Ja. Der eine war zwar ein kleiner Rassist. Der konnte keine Vietnamesen leiden. Alle anderen waren ihm egal. Aber Vietnamesen hat er gehasst. Ist der wahrscheinlich ein Mali, oder? Nee, das war ein doofer Mann. Ein doofer Mann, okay. Ja, ja. Die hab ich von den Felddickern übernommen. Ja. Weil die nicht geeignet waren, angeblich. Aber komischerweise bei uns haben sie... Gut, hatten wir ihre Macken, ja. Aber das... Nee, Paulchen ist ja in Zukunft. Wenn wir den Beispiel zehn Jahre lang suchen. Mhm. Also Flächensuche, Objektsuche und so, ne? Ja, ja. Suchen könnte unser auch machen hier. So wie ich der mal rummacht. Der sagt, er... Ja, ja. Aber jetzt machen wir nichts mehr. Also am zu noch. Das war ja sowieso alles ehrenamtlich, ne? Ja, ja. Und SV aus und so, ne? Aber ich vermisse das schon ein bisschen. Natürlich. Ist doch eine wichtige Aufgabe gewesen. Ja, ja. Wenn ich jetzt mit mir passieren gehe, dann lege ich ihn hier noch Pferden und verstecke so, bis sie war so der... Mhm. Wenn ich bei den Freundinnen mitgehe, dann lasse ich die Freundinnen sich verstecke. Mhm. Und dann... Ah. Dass sie noch ein bisschen Arbeit hat, ein bisschen Kopparbeit, weißt du? Ja, ja. Natürlich. Damit wir nix in einer Familie mal arbeitet. Ja, genau. So sieht's aus. Ach. Ich werde uns weiter müssen, aber. Ja. Der Blaue ergärt mich. Big up. Los, hau ab. So blöd, der Blaue. Die sind zum Abschluss freigegeben, also recht damit. Ja, blaue Autos mögen die nicht. Genau wie Terrorbusse. Und weiße. Ja, weiße kommen seit heute ja auch dazu. Ich mach keine Weißen. Ja. Oh. Bin ich jetzt vorbeigefahren? Nein, 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 nein. Das ist gut. Ich hab manchmal vorbeigefahren, doch echt. Entschuldigung. Ja. Nehmen Sie die Ausfahrt recht. Ich liebe die Ausfahrten, die Sie hier haben, weißt du? Manche sind auch viel schlimmer. Da ist 5% Steigung. Ja. Wo gibt's Ausfahrt mit 5% Steigung? Wo gibt's eine Auffahrt, wo genau oben dann an der Landstraße dann eine Ampel steht? Habe ich vorher auch noch nie gesehen. Ja, genau. Das gibt's hier bei mir in der Gegend sehr oft, wo ich mir auch denke, habt ihr eigentlich... Wer hat euch ins Gehirn geschissen, als ihr die Ausfahrt hier gemacht habt? Ja. Fährst du gerade rum? Siehst nichts? Wer steht jetzt hier? Wir sind hier. Wir haben gewartet auf euch. Jetzt sind wir vorbei. Na, ist doch nicht so schlimm. Ne. Das ist die Strecke Berlin-Leipzig. Das ist meine absolute Horrorstrecke mit meinem Auto. Immer schon gewesen. Weil die fahren da wie die geilen... Und da ist uns das passiert. Also Dracula und mir. Das hat sich schon bis auf die Autobahn zurückgestaut. Ja. Wir dachten jetzt, da ist ein Unfall oder... oder was, ne? Nee. Scheiße war's. Und da oben war nichts. Kein Fußgängerüberweg. Null. Das ist auch Richtung Wiesbaden so. Du hast eine Strecke. Da fahren jeden Tag tausende LKWs hoch und runter. Aber du hast einen Beschleunigungsstreifen, der vielleicht 100, 150 Meter lang ist. Wo? Da kann doch kein... Äh... Uh... Keine Ahnung wo das ist. So wie anders. Da hinten wo... Wo... Die... Die... Äh... Die Berufsgenossenschaft da unten ist. Wenn du das schon mal... Das weiß ich jetzt natürlich. Ich bin ja schon 20 Jahre aus Wiesbaden raus. Das weiß ich. Ich weiß nicht wie die Straße heißt. Bin ich ehrlich. Kann ich gucken, aber... Auswendig weiß ich nicht. Ich weiß auch nur, das ist ja immer Richtung Apple Allee bei der... Ach da runter. Ja gut, okay. Das ist die 66 und schichterne Kreuz. Junge, da hat's aber jemand eilig. Wer? Wo? Äh... Der Dracki. Kam an mir vor. Vorbeigeschossen und lässt erstmal hier... Einen Schrottplatz hinter sich. Hat er es mal wieder rollen lassen. Das müsste dir doch bekannt vorkommen Thor. Du bist ja auch so eine Bodenluftrakete. Naja, aber... Jo, danke dir. Ich weiß. Das ist doch besser so für dein Herz. Wir denken ja ein bisschen an die Gesundheit. Also hier leckt das ganze Dinge bis hier durch. Jaja, aber wie Hölle teilweise. Jaja. 13 FPS hier umspielen. Möchtest du mich wieder überholen? Nein, nein. Warte du, die letzten 70 Kilometer fahren wir so jetzt. Du kommst sogar mit blinky-blinky. Jaja. Jaja. Dracki, mach dir jetzt hier den Vandal in der Straße. Da sollen wir auch hier rechts rüber. Seitensstreifen glaub ich halt. Jaja. Jaja. Was treibst du denn da, Mensch? Was treibst du denn da, Mensch? Lass dich nur benehmen, wie lange ich in die Wand war. Jaja. Herrlich. Ich liebe meine Streams. Jaja. Herz eilig, er muss aufs Klo. Der Schokobus drückt oder was? Ja. Die WKQ will hallo sagen. Jaja. Ja. Wir haben doch noch gar kein Zehn. Ja. 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 Ich muss noch mal die Fahrschule. Ich muss noch mal die Fahrschule. Also so wirst du kein Fahrlehrer. Also so wirst du kein Fahrlehrer. Und zu MPU. Ja. Achtung, da steht was quer. Hm. Der Schokoriedel der wirst sein. Ja. Ehrlich. Yo. Ich hab ja gesagt, wenn ich den Kopf trinke, ich den Kopf, ne? Yo. Wir hatten den Kopf. Wir im Kopf. Vor mir ist gerade einfach ein Echoey gespawnt. Ja, ich hab die Lichter gesehen. Im Moment leckt das hier ohne Handy, oder? Ja, ja. Ich hab nur Lichter auf dem Boden gesehen. Orange, ne? Ich schätze mal, hier sind sie wieder am Arbeiten dran, hier. Kann sein alles, ja. Also Performance-Probleme haben sie, weil hier keiner irgendwie einen Scheiß-Rechner hat oder das Internet rumschwindet, liegt einfach an denen. Ja, sicher. Ich meine, das kann ich an meiner Kaffee-Karte legen. Man läuft hier so gut, normal. Mal willst du wissen, dass ich auf meinem Toast rechnen? Und so schlecht ist die 1080 auch nicht jeder. Ja. Welche hast du denn? Welche hast du denn? Welche hast du denn? Normal oder TI? TI. Ja, die TI ist so gut. Ja, ne. Ja. Mit 10 Gigabyte dran. Ja, ne. 11 hatte ich. 11 hatte ich. Oder so, ja, 11. Ja, genau. Ja, die ist so gut, ist auch eine gute Karte. Ja, ja. Die hält sich bis heute sehr gut, ja. Ich hatte die von SOTAC, die Xtreme, die war auch richtig geil, die 1080. Ich habe die Nvidia. Aber, mal gucken, ich bin mal mit der in den Rage schon, oder? Weil ich habe hier in Rage und Chips gesetzt. Ah, also ich habe vorher Radeon gehabt, die AMD, die RTX 6800 XT. Also ich bin davon wieder abgekommen, weil die einfach mit... Die Spiele laufen einfach mit Nvidia besser. Da kann mir einer erzählen, was er will. Ja, aber ich habe hier einen Rage und Chips hat. Ja, und das ist ja egal. Das hat auch damit nichts zu tun. Kleine hässliche blaue Autos. Das ist geil. Das hat damit nichts zu tun. Glaubst mir. Ne? Ne. Ich habe auch den AMD gehabt. Ich habe auch den AMD gehabt, den CPU mit der Karte. Und habe dann, bin dann gewechselt auf die 360er, 30, 60 hier. Und da war ein Unterschied zwischen Tag und Nacht, kannst du mir glauben. Ja. Das glaube ich. Allein ich hatte ja vorher gut. Ich hatte vorher die Rage in die 75 SE, also sehr real drin gehabt, ne? Ja. Und das ist ja auch gut. Das ist ja was ganz anderes, ne? Also ich sage jetzt nichts gegen AMD, sind gute Karten. Nur das Problem ist schon, da fängt es nämlich dann an mit den Treibern. Ja, du kriegst alle Updates. Ja, du kriegst alle Updates. Und das Problem ist, die haben es halt noch nicht so gut drauf wie Nvidia. Das ist ja. Ich habe AMD Rechner. Ja. Das passt. Und ich finde AMD besser als wie Intel. Ja, du kannst deine AMD Rechner behalten, aber ich würde keine AMD Karte kaufen. Das meine ich ja. Ich bin auch, ich bin auch am Ende. Entweder hol ich mir auch die 3060 oder... Aber ich denke schon, dass ich mir die 3060 hole. Also wenn du die 3060 holst, dann holst du die die von Asus. Weil das ist nämlich die, das ist nämlich die offene 3060, die habe ich auch hier. Die OC mit 12 GB RAM. Ja. Die hat noch ein bisschen Potenzial nach oben. Die ist auch von der Kühlleistung her super. Ja, die kommt sowieso wieder Wasserkühlung drauf. Ja, aber die hat auch am besten abgeschnitten von den 3060. Da kommt sowieso wieder. Ich habe ja Wasserkühlung. Kommt sowieso wieder Wasserkühlung drauf. Und ich habe auch da eine Ablätung. Wasserkühlung finde ich das Beste, was es gibt hier. Und das ist nur ein Beispiel. Jetzt bei ETS oder ATS hatte ich immer so ein leichtes Flimmern drin mit der AMD Karte. Und ich habe zwei verschiedene AMD Karten getestet und es war immer das gleiche Problem. Und seit ich die Nvidia hier drin habe, habe ich, wenn du durch eine Brücke durchfährst und oben das Geländer siehst, da hat das immer geflimmert. Ja, 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 ja. Das habe ich, das habe ich nicht mehr. Das ist alles Glocken klar und scharf. Ja, ja, mal gucken. Ich bin noch am... Ja, wie gesagt. Aber ich denke mal, also ich wollte mal ein Video holen. Annehmbar. Oh, 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 oh. 48.000 fahren. Ah, du Scheiße. Ja, wegen dem... Ich fahre mit euch hier rein. Ich muss ja gar nicht hier hin. Oh Gott. Es ist wieder soweit, mein Kleiner. Du siehst zu scharf. So, das war unser Ausflug in die ETS-Welt. Wir wechseln jetzt mal das Game gleich, aber erstmal warten, bis alle fertig sind. Ach du Scheiße. Ich bin mal gespannt. Es wird nämlich gebaggert. Oh, oh. Es muss gebaggert werden. Es muss... Ja, ich habe... Ich habe eine 42.000. Naja, das war heute, weil der mir da komplett reinerascht ist, ne? Habe ich schon befürchtet, dass es gebaggert wird. Es muss gebaggert werden. Es darf nicht. Es muss. Dann baggert mal schön. Wenn der Bodo baggert noch. Wir baggern, wenn der Bodo baggert noch. 2.000 für Schäden insgesamt. Haben wir aber alle ja ein schön... Ei, 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 ei. Ja, Karl, wie gesagt, wenn du Interesse an dem Monitor hast, müssen wir uns nochmal unterhalten. Ja. Müssen wir mal gucken. Ja. Wie gesagt, mir insgesamt verdient an der Fahrt. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, leider. Also insgesamt 207.000. Ja, mit Abzug, also 170.000. Ich habe knapp 160.000. Ja, ja. Mit Reparaturkosten. BKW 30. Also... Jetzt bin ich mal gespannt, ob er die überhaupt zählt. Ich gucke mal die Aufträge an. Ja, wollte ich gerade fragen. Karl Hötchen, guck mal bitte bei Speedy. Ja. Wir sind ja nur zu zweit gefahren sind. Ja. Ne, zu dritt. Neo war da auch noch dabei. Ja. Zu dritt. Abrechnen. Oh, ist schon drin. Na ja. Oh. Ich... Abrechnen. Abrechnen. Oh, sehe ich. Die Richtlinie. Abrechnen. Kaputt. Kaputt. Ja, nichts. Rechnen wir nicht ab. Fertig. Der wird abgebrochen. Ja, ja. Wenn wir da zu viel Nassing machen, dann... Auftrag abrechnen. Ja, war trotzdem eine geile Tour. Alle beide Aufträge. Kaputt. Äh, ich sehe schon. Ja, da machst du ja nicht. Das ist leider das Problem da, ne? Ja. Nein. Ich habe meinen Pfeifentabak. Mich erschüttert heute gar nichts mehr. Und Gummibärchen hatte ich. Und Gummibärchen Saft. Geiles Publikum. Also was will der Mensch mehr? Geile Mitfahrer. Die Aufträge von euch. Von Karl und... Ja, äh, Butcher. Ja, dann werden wir da nicht aufgezeichnet. Ne, beide nicht. Ne. Also irgendwas ist bei... War Neo, hatte Neon sein Speedy Bob. Ja, doch hat er. Und sein Speedy hat er gemacht. Ja, ja, ich sehe es gerade. Da waren ja die einzig, die drin waren. Ja, ne, ne, und ist auch mitgefahren. Ja, ne. Ja, aber das ist Speedy. Doch. Doch. Aber du müsstest dich ja hier drin sehen. Ja, ich sehe aber... Ja, ich meine jetzt im Auftrag wurde er nicht mehr aufgezeichnet. Er ist ja ein Ding mit drin. Ach so, ja. Das war... Da hatten wir ja noch drin. War das so? Oder war das? Fabi, wunderbare Fahrt. Ich hoffe, wir werden öfters nochmal so eine schöne Sache machen. Ja, auf jeden Fall. Auch zusammen Sachen machen. Ja, klar. Wie sieht's morgen bei dir mit ATS aus? Ist da? So, ich schließe jetzt übrigens den Konvoi, ne? Ja. Mach du was? Ob ich da mitzocke? Weil ich habe bei ATS... Ich habe zwar LKWs, aber die sind alles mit Mods. Da muss ich mir... Ah, okay, okay. Ja, ja. Dann ist klar. LKW da zusammen. Mal gucken, vielleicht bin ich morgen dabei. Ich weiß es noch nicht. Aber wieso? Wir haben ja eh keine Mods drin. Da passt du eine normale LKW rum. Ja, ja. Das sowieso. Ne, ich müsste mir dann... Einen neuen Spielstand machen. Einen neuen Spielstand machen für Multiplayer. Ja, ich glaube, ich habe es sogar vielleicht sogar zwei. Und dann eben LKW da starten. Ich glaube, das ist ein rechter Problem sogar. Ich mach das mal kurz. In Spädi. Mh, das kann natürlich auch sein, ja. Hellboy, Tier 1, Halladies ist... Wir haben keinen Auftrag gefahren, recht. Dankeschön, Hellboy, für den 18 Monate. Ach du Scheiße, ist so lange, ey. Boah. Wahnsinn. Dankeschön, mein Lieber. 18 Monate. Machen wir doch auch mal mit. Informationen, das machen wir auch mal. So, ich werde jetzt mal mit meinem... Jo. Mit meinem Gassi Wausi gehen. Bis dahin haben wir ja. Die Sitzung wurde beendet, gut. Gemittet im LKW fahren, ja. Änderungen speichern. Muss ich bloß noch was schreiben, wieder. Oh. Nein. Ja, dann euch allen noch einen schönen Abend. Ja. Ja. Ja, euch allen, ne. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal dann. Ja. Ja. 18 Monate. Ich sag, ja die Zeit verrennt. Und Neo, danke auch für dein mit Prime Abo. Alter, später. Hau rein. So, wir kommen jetzt aber zu unserem Bagger-Bagger. Bagger-Bagger. Das will ich jetzt auch hier raus machen. Wird... Jo. Schönen Gruß nochmal an dein Cracki-Freund. war war ich cool trotz den zwei abgelieferten aufträge minus 80.000 scheiße start schocker also spitzt legitim einfach als schock im bilder ok also sonderkommando rausgehen sonderkommando mülltonne ja du musst erst mal mit wau wie die mal von mir mache ich okay so dann ändern wir das hier noch mal schnell das ist auf jeden fall interessant aus druck schon simulator da haben wir doch schon das hier ähnlich wie spiele die sie gespielt haben bausimulator und terraria weiß ich jetzt nicht ob das so ohne ihr ding zusammenpasst das klingt für mich nicht so guter vergleichen Entwickler Monster and Monster. Fehlt noch was im Titel. Rutscher. Ja, ja. Ich bin schon dabei. Ja, ich schreibe gerade nebenbei mit unserem Krim. Duft die? Ja. Acht. So. Wirklich, wir sind beide mal hier nochmal wegen dem Minecraft-Server-Support-Aids. Ja, nee, alles klar, auf jeden Fall. Ich muss nicht noch weiter drauf eingehen, aber wir werden halt gucken, dass ich uns ein bisschen random irgendwo hin teleportiere. Dass wir halt nicht direkt von irgendwelchen Leuten, die dann hardcore da drauf sind, uns zu griefen. Ja, 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 ja. Wenn jemand dazu kommt, kriegt er ja eh erstmal die Whitelist, aber den port ich dann auch einfach zu uns. Weil dann muss er nicht die tausend Blöcke dahin laufen. Ich hatte halt auch gedacht, jeder kann entscheiden, ob er dann so eine kleine Town bauen für alle oder ob sie die dann selber irgendwo bauen möchten. Also ich muss dir sagen, ich werde zwar da sein ab und zu, aber wie gesagt, ich habe ja erst nämlich das Problem. Ja, Patty, war ein lustiger Konvoi. Ja, war wirklich mega. Ja, da ich ja im September dann ja mit Conan XL anfange, wird das wohl ein bisschen, ne? Ja, klar. Nee, nur damit er es schon mal weiß, nicht, dass du dich wundernst, ne? Ja, nee, ich werde den Server auch relativ, auch für Freunde von mir und so weiter, auch offen lassen. Also halt Leuten, denen man vertrauen kann. Ja, ja. Dementsprechend kann jeder entscheiden, wie, wann er da drauf spielen möchte, wird auf jeden Fall offen sein. Gut, 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 gut. Gut, gut, gut. Jetzt bin ich wieder in Moskau angeblich, ja, ja, war klar. Wart ihr immer mit eurem Moskau habt, das ist der Hammer, ey. Bei mir hat es sich mittlerweile gewöhnt daran, bei Ding reinzugehen, bei Amsterdam. Okay. Ja, keine Ahnung. So, wir sind zu Hause, baggern. Jetzt kommt der entspannte Teil, nein, der andere war auch schön. Aber ist das nervig, wenn du Underwand mit dieser Dricks KI, ne? Ja. Kein flüssiger Verkehr möglich, das geht irgendwie, also mir geht es so hoch, die Ketten. Da hoffe ich, dass wir mit dem neuen Engine dann auch die KI ein bisschen fixen. Mhm. Swaggy ist Saluti in Spanien. Wir sind gerade nach Spanien gefahren. Nee, also das, weil das ist für meinen Kopf, ist das echt anstrengend, auf die Dauer. Ja, das ist, oh, Hammer. So, also, können wir hier mal zeigen, ne, wir waren also fleißig, Art 9, das, was wir hier schon freigeräumt haben. Ähm, also ich bin echt stolz auf uns. Ah ja, klar. Was denn? Ach so. Aber den Dagger dann leer, leer da stehen lassen. Das ist gemein, aber gut. So, äh, erst mal ein Bautrupp. Blacky, wenn du noch da bist und mit willst, kannst du gerne tun. Ja, dann mache ich wirklich das, was ich gesagt habe, wir holen uns noch einen Bagger. Dann können wir zu dritter losbauen. Ja, wollen wir uns jetzt nur, warte mal, bevor wir überhaupt irgendwas machen, entscheiden, wie, also wir sind bei 46% übrigens stehen geblieben. Das Ganze den komplett freilegen. Oder, weil wir hatten ja eigentlich gesagt, bei 30% überspringen war. Ja, was solange es Spaß macht, kann man ja weiterbuddeln. Ja, das ist jetzt die Frage an die Runde. Jetzt bin ich wieder dabei. Ich will auch wieder ein bisschen ballern, so ist es nicht. So, du bist überstimmt, Junge. Du kannst ja nicht einfach überspringen. Natürlich kann ich. Was machst du hier eigentlich überhaupt noch? Sich eigentlich in die Bauleitung schleichen, mein lieber Tor? Logisch, musst du aufpassen, was du hier machst. Ja, ich verstehe schon. Ja, 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 ich verstehe schon. Ja, aber ich bin auch gleich raus. Alle, du, das war, ich habe mich gerade erschrocken. Nein, nein, ich höre sowieso jetzt auf. Ich sage euch allen einen schönen guten Abend. Danke. Guten Abend. Und es hat wirklich Spaß immer. Das ist ja echt mega geil. Also bauen wir jetzt. Ja, wir bauen ab. Das ist ja nun. Kann keinen Namen eintippen, weil ständig die Liste aktualisiert. Wir haben einen Ausdruck. Bitte weitermachen. Ich will hier nie mehr. Kon sind zwei. Nie mehr. Okay. Ja, du musst in der Liste ganz schnell VEB einschreiben und oben links auf dieses Filter-Symbol draufklicken und dann noch mal auf die Liste drauf tippen, dass VE zumindest gehighlighted ist und dann schnell auf Enter. Das ist richtig beschissen. Ja. Okay. Okay. Wie gewechselt meinst du jetzt? Ja, jetzt hab ich den Orangenen. Achso. Achso. Ja. Das war Fabi vorhin. Glaube ich. Ja, 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 ja. Lass mich erstmal wieder einüben. Solange die das nicht fixen, spiel ich es wohl erstmal nicht. Okay. Ja. Ach, links drehen. Ja. Ja. Verdammt. Da hast du noch einen Nachschlag gekriegt. Du hast ja so gebettelt. Oh, hier hab ich meinen eigenen. Also, Nancy, da kann ich jetzt ohne sich erinnern. Ja, das ist leider seit dem Patch so, aber wenn du weißt, wie kommst du damit gut klar. Oh. Das war's. Das war's. Krass, dass wir über 200.000 gemacht haben. johnny boy ist unser haus hier später der abend ist so schöner die gäste heute ich komme jetzt nach uns kann ja das mache ich dann gibt mir den dann im main ja mir ist das egal ich komme mit dem besser klar dann tauschen wir die aus dem land bei dem also lass mich noch einmal achten ich habe damit kein problem ich finde sogar ein bisschen besser durch das knickgelenk findest du aber gut das ist eben geschmackssache wie jetzt der johnny boy was gibt's neues zu berichten haben wir es heute mit unsichtbaren wänden bei dem geht es nicht wieder mal klar die 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 Vorfahren. Ja. Wenn wir nicht so packen können, dann können wir nicht so packen hier. Johnny Boy spricht nicht mit uns. Doch, jetzt hör, soweit alles in Ordnung, das hör ich gerne. Ach, der kleine Johnny Boy. Die drei Mann von der Baugerhutel. Die Höllen. Ich dachte, dann müsste es ja auch immer so denken, so jetzt mal hier noch mehr Bagger. Die Tag und Nacht hier sind sie durch Bagger. Jaaa. Warte mal, warte, ich würde gar nicht mehr schicken. Bist du nur? Ach, Drucky-Walls. Ach. Ach. Jaaa. Aber, dass der Filter da so komisch ist, das ist ja auch sehr merkwürdig, ne? Das habe ich auch noch vorher nie gehört. Jaaa. 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 Und wieder 5000 mehr. Jaaa. So krank. Ich würde hier ein Geld verdienen mit den Baggern. Wenn du Millionen kommst, dann mit der Windfreiung noch. Jaaa. Jaaa. Also da können wir ganz easy. Je nachdem, wie lange sie das noch machen. Äh, ja. Bis uns der Geduld fahren platzt. Uns? Wir. Ist ja gut. Das ist, weil ich die Serverless automatisch alle paar Sekunden aufnehme und das Ganze einge... Wie viel zu... Äh, okay. Jaaa. Also mit dem Servereingabeding ist ein bisschen los gemacht, aber es gibt keine Tricks und du kommst dann mit Bomben mal zurück. Das ist immer so, wenn ich jetzt weiß, dass die Mehrheit Entschluss sagt, ne? Wir machen das so, dann ist mir das egal, ne? Dann ziehe ich das durch. Weil wenn ich die Wahl habe, ne? So generell hast du die Wolle. Wenn du sagst, dann, ja, kein Bock mehr zu vergangen. Nee, für mich ist das eine Community-Entscheidung. Nur weil ich das so, ne? Das machen wir zusammen, also wird auch gemeinsam entschieden, wie wir hier vorgehen. Punkt. So einfach ist das. Und so ist das dann bei allen anderen Sachen bei mir auch. Nur was ich nicht leiden kann und für den Tod hasse, wenn da irgendeiner, ne, sich nicht aus dem Park kommt. Nee, 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 nee. Oh, da kann ich platzen. Wir können eine Antwort haben und wenn es geht, gleich. Ich habe kein Problem noch weiter zu packen. Nö. Wie viel? Überhaupt 22.30 Uhr, aber wenn nicht erst mal weg. Für den Abend. Ja. Wahrscheinlich, denke ich mal. Weiß ich noch nicht. Ja, ja, ja. Wie spät ist denn das überhaupt? Ich habe überhaupt keinen Überblick wie spät. 21.12 Uhr. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Also falls jemand anders noch Interesse hat, wir haben noch einen Platz. Ach so, du willst dann aus dem Game raus, ja? Ja, hab ich jetzt. Ja. Dann, je nachdem, muss ich mal gucken, wie die sich entscheiden. Mhm. Ja, wie gesagt, ich habe Zeit. Ich kann morgen aufschlafen. Wobei ich jetzt schon wieder weiß, wie das endet. Gar nicht. Nachts baggern. Hm, so kann man das sehen. Nee, ich werde irgendwann noch mal weg. um drei, halb vier einen Anruf kriegen. Und dann bin ich wieder hellwach. Irgend so ein Vollpfosten, wieder irgendwelche Unwichtigkeiten einfällt, die er mir unbedingt erzählen muss. Ich bin schon wieder. Was? Was? Hat er gesagt, Millie? Ach, er ist das? Ja, nee, passt schon, alles gut. Er ist das? Ja, ich wollte eigentlich, ich wollte einen RL spielen, aber da bin ich nicht mehr so der Typ, der sagt, äh... Ach so. Nicht wegen dem Spiel, sondern... ...verfunden zwar mache ich nicht mehr oder sowas. So, andere bevorzugen, ich mach das nicht. Oder auch bewusst davon. Okay. Das mache ich nicht mehr. Das habe ich früher mal gemacht. Das macht keinen Spaß. So, sorry, jetzt verstehe ich, äh... Das war eben gerade so laut. Was hast du nochmal gesagt? Sorry. Bei Spiele bevorzug... Ja, ich war... Das war eben gerade so laut. Ich hab das gerade runtergedreht. Viel. Ne, äh... So gut, muss ich sagen, allgemein oder so, ne? Ja, ja, so. Ja, das meinste. Ich spiel nur noch das, worauf ich Lust hab. Ja, das... Und bei Erdogan muss ich so lange sagen, ja... ein paar Runden kann spielen, aber dann ist es wieder ausgelutscht. Also packer ich lieber. Ja, ja, ja. Hat mir früher schon den Spaß versaut. Ja. Und Freundschaften. Richtig. Ich helfe gerade in einer befreundeten Firma noch, einen Umzug zu machen von Südafrika Richtung Australien und ich berate die und helfe denen dann so ein bisschen, weil der Hauptgeschäftsführer derzeit indisponiert ist und ich die Leute alle kenne. Und da das in Südafrika und Australien verschiedene Zeitzonen, ne? Und Japan da auch noch mit zwischen hängt, ne? Kannst dir dann überlegen, wie das... Wobei mich das nicht stört, um Gottes Willen, ne? Wenn's mir um den Sack geht, kann ich das jederzeit packen. Aber... Und die Sache ist... Ich hab das schon mal erzählt. Ich kenne ja die überwiegenden Leute, weil ich war ja mit bei der Firmengründung dabei. Ohne jetzt arrogant klingen zu wollen, war's ja auch irgendwie ein bisschen meine Idee. Es sind auch viele, viele ehemalige dabei, ne? Ich kenn die Familien und... Ah ja. Lange Geschichte. Manchmal bin ich so dämlich im Leben, dass er häufig hat. Hm. Klassiker. Kenn ich. Ja, ja. So aus Reflex. Ja. Weißt du ja. Normalerweise ist an dem Button links. Ach so. Manchmal ändern. Ja, ja. Jetzt wüsste ich was du machst. Ja, ja. Ja. Genau. Ja, das habe ich auch schon erzählt. Ja, ja. Wie war das denn der Fall? Ah. Na ja. Oh, ist das jetzt wirklich sein Ernst, mein kleiner König? Oh ey, das... Der hat immer einen Pech, der Ärmste. weil ich die tausend kilometer to die war schon heftig heute also hier hat mich schwarzen macht wirklich spaß gemacht ja und wie gesagt leute morgen gibt es dann hat er es hex aus rundfahrt wenn man es fast so nennen ja 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 und wie heute und das wird dann einfach so random entschieden die wir da wahrscheinlich ja genau das ist der plan einfach so ein bisschen schildig die landschaft angucken genau deswegen habe ich mir das gedacht ich weiß ich weiß wir 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 dann gibt es wieder fliegende lkw zu begucken übrigens nur noch falls ihr mal eine folge verpasst die werden instant nach also zwei habe ich jetzt noch nicht wohl an der meyer man ja noch auf youtube könnt ihr euch die dann noch mal angucken mcbacher offiziell da findet ihr dann übrigens auch ein paar druck muss wer der interesse hat kann die natürlich gerne angucken oder ein abo da lassen also ihr verpasst ihr nichts weil wie gesagt es scheint dass er hier zu gefallen mit und ich finde 150 video aufrufe ist wirklich krass also das ist jetzt hier bei twitch meine ich jetzt ne das uge geguckt haben sind ja auch geile szenen bei also mit seinem lkw in europa da quer über die halbe karte herrlich ich habe sie nach drei mal gucken müssen wirklich konnte davon nicht genug kriegen ich denke ich bin bald ein neuigkeiten habt ihr das mittel für die die sich für panzer und so interessieren dass die russen hat erst einmal den armata angeblich eingesetzt haben sollen aber dann relativ zügig war ja aber relativ zügig dann wieder zurückgezogen haben das kommt aus einer relativ zuverlässigen quelle also haben sie da auch wieder morx gebaut ich bin einfach davor wenn das alles vorbei ist die ritter hätte das nie anfangen dürfen so 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 wieso kriegt eine million voll ist das der hammer und wir haben ja schon dieses eine ding da gekauft also wir haben dieses eine fahrzeug von dem bagger geld meine ich ja welches dann hat mir jetzt nicht den abladen quatsch den dosa rosa ja genau das wort aber fakt ist wirklich wird auf jeden fall wird ich das deal zieht das muss ich haben alleine wie farbe ich vorhin schon erzählt hat und dem anderen ding das hört er sich sehr sehr interessant an japan gaming pasta ja ja allein auch weil ich den buchhafen bauen will was dann später immer noch sagt weiß ich nicht das ist scheiße wieder aus heiterem himmel gerade eben so können auch kehlüberweisung zustande kommen ja wie gesagt ich muss gucken ich sag's ja nur sehr ungern aber ihr wisst deswegen ist sie mit dem geld aufpassen bei mir ich bin gespannt ob man in einer riss cc kauft sondern das ding startet mit der firma auch dann alles brauchen das hat man doch schon geklärt ja so habe ich das zumindest verstanden ja so kann man es auch sehen dann ja im prinzip ist es ja nichts anderes lande hab er bei dir brustdach wie geht es eigentlich deinen katzen das ist doch schön das ist ja wie so eine kratzbrüste das ist ja Untertitelung des ZDF, 2020 Dein Bagger schaut aber auch schon aus, als er gleich in alle Einzelteile verfällt. Ja, ich weiß. Ich muss auch gleich wieder zur Reparatur. Bisschen habe ich noch. Wie gesagt, wenn ich könnte, würde ich hier meinen RC-Bagger da einimplementieren. Da kannst du ihn drauf lassen. Wir können ja auch so einen kleinen Spielzeugbagger kaufen und dann ist das auch erledigt. Ey, Frechheit. Spielzeugbagger nennt der meinen. Wenn du was machen willst, dann zum kleinen Bagger. Nein, du weißt, wie ich das... Okay. Den habe ich jetzt auch verstanden. Der war aber nicht schlecht. Nicht schlecht, mein Kleiner, nicht schlecht. Sobald ich mir das mal wirklich so vorstelle, ne? Mit so einem kleinen Mini-RC-Bagger, wie viele Jahre willst du... Na, Jahre reicht er ja nicht. Waren wir nicht gerade bei einer Million? Hat der irgendwer was gekauft, oder was? Wir haben da gerade einen Bulldozer gekauft. Die Worte? Ja. Achso. Hat das den, den du ja auch immer zum... Ja, wer hat sich ja gesagt, jetzt den gemietet und dann wollte ich die entkaufen. Dann muss man eben alles nachmachen. In dem Fall ist das nicht gut. Ja, ja, dafür wird mich immer. Dann stecken. Ja. Wobei das nicht lustig ist. Ja, weiß ich auch. Das Spiel hat genau so einen Scheiß-Sucht-Charakter wie, äh, dieses Wasch, Power Wasch-Simulator. Also wenn ihr wirklich mal einen Kumpel ärgern wollt, der so einen Spleen hat, der muss immer alles fertig machen oder so, ne? Kauft ihm das. Ihr werdet eure wahre Freude haben. Der Trainer Dracula lacht mir jetzt immer noch aus. Ja. Ja. ich glaube nicht dass wir das heute hier fertig kriegen ich denke nicht wie gesagt wenn wir sehen wie lange durchhalten das ding ist dann wahrscheinlich wieder weil man dann schon bei 70 prozent oder so sind dann wird wahrscheinlich auch wieder jeder sagen ja komm jetzt machen wir es doch gleich fertig ist doch scheißegal also ich bin jetzt auf dem level jetzt packe ich das bis zum ende hier durch ich habe hier von gesagt jetzt ist mehrheitsentschluss wir machen das fertig dann wird das auch gemacht da brauche ich nicht immer umdiskutieren erwisert das kann ich für den tod nicht ab müsste euch mal überlegen fünf mädels lust die mutter dazu und ihr fangt an zu diskutieren wo wollt ihr hinfahren was meint ihr wer der erste war der ausgerastet ist ich habe sie dann besorgen auch der kneipe geholt klare kannte sagen sowas gemacht und fertig ohne 50 jahre zu debattieren die Oh Gott. 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 Oh. 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 Oh.